Kapitel 1 Dies ist die Offenbarung, die Jesaja, der Sohn des Amots, geschaut hat über Judah und Jerusalem zur Zeit des Usia, Jotham, Ahas und Hiskia, der Könige von Judah. Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Hätte uns der Herr Zebaoth nicht einen geringen Rest übrig gelassen, so wären wir wie Sodom und gleich wie Gomorrah. Höret des Herrn Wort, ihr Herren von Sodom! Nimm zu Ohren die Weisung unseres Gottes, du Volk von Gomorrah! Kapitel 4 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 5 Kapitel 5 Kapitel 5 Kapitel 5 Kapitel 5 So kommt denn und lasst uns miteinander rechten, spricht der Herr. Wenn eure Sünde auch blutrot ist, soll sie doch schneeweiß werden, und wenn sie rot ist wie Scharlach, soll sie doch wie Wolle werden. Wollt ihr mir gehorchen, so sollt ihr des Landes gut genießen. Weigert ihr euch aber und seid ungehorsam, so sollt ihr vom Schwert gefressen werden. Denn der Mund des Herrn sagt es. Wie geht das zu, dass die treue Stadt zur Hure geworden ist? Sie war voll Recht, Gerechtigkeit wohnte darin, nun aber Mörder. Dein Silber ist Schlacke geworden und dein Wein mit Wasser verfälscht. Deine Fürsten sind Abtrünnige und Diebsgesellen, sie nehmen alle gern Geschenke an und trachten nach Gaben. Den Weisen schaffen sie nicht recht, und der Witwensache kommt nicht vor sie. Darum spricht der Herr, der Herr Zebaoth, der mächtige Israels. Wehe, ich werde mir Trost schaffen an meinen Feinden und mich rächen an meinen Widersachern und will meine Hand wieder dich kehren und wie mit Lauge ausschmelzen, was Schlacke ist, und all dein Zinn ausscheiden. Und ich will dir wieder Richter geben, wie sie vormals waren, und Ratsherren wie im Anfang. Als dann wirst du eine Stadt der Gerechtigkeit und eine treue Stadt heißen. Zion muss durch Gericht erlöst werden und, die zu ihr zurückkehren, durch Gerechtigkeit. Die Übertreter aber und Sünder werden allesamt vernichtet werden, und die den Herrn verlassen, werden umkommen. Denn ihr sollt zu Schanden werden wegen der Eichen, an denen ihr eure Lust habt, und ihr sollt schamrot werden wegen der Gärten, die ihr erwählt habt. Denn ihr werdet sein wie eine Eiche mit dürren Blättern und wie ein Garten ohne Wasser. Und der Starke wird sein wie Werk und sein Tun wie ein Funke, und beides wird miteinander brennen und niemand löscht. Kapitel 2 Dies ist's, was Jesaja, der Sohn des Amots, geschaut hat über Judah und Jerusalem. Es wird zur letzten Zeit der Berg, da das Herrn Haus ist, feststehen, höher als alle Berge und über alle Hügel erhaben, und alle Heiden werden herzulaufen, und viele Völker werden hingehen und sagen, kommt, lasst uns auf den Berg des Herrn gehen, zum Hause des Gottes Jakobs, dass er uns lehre seine Wege, und wir wandeln auf seinen Steigen. Denn von Zion wird Weisung ausgehen und des Herrn Wort von Jerusalem. Und er wird richten unter den Heiden und zurechtweisen viele Völker. Da werden sie ihre Schwerter zu Pflugscharen und ihre Spieße zu Sicheln machen. Denn es wird kein Volk wieder das andere das Schwert erheben, und sie werden hinfort nicht mehr lernen, Krieg zu führen. Kommt nun, ihr vom Hause Jakob, lasst uns wandeln im Licht des Herrn. Aber du hast dein Volk, das Haus Jakob, verstoßen. Denn sie treiben Wahrsagerei wie die im Osten, und sind Zeichendeuter wie die Philister, und hängen sich an die Kinder der Fremden. Ihr Land ist voll Silber und Gold, und ihrer Schätze ist kein Ende. Ihr Land ist voll Rosse, und ihrer Wagen ist kein Ende. Auch ist ihr Land voll Götzen. Sie beten an ihrer Hände Werk, das ihre Finger gemacht haben. Aber gebeugt wird der Mensch, gedemütigt der Mann, und du wirst ihnen nicht vergeben. Geh in die Felsen, und verbirg dich in der Erde vor dem Schrecken des Herrn und vor seiner herrlichen Majestät. Denn alle hofffertigen Augen werden erniedrigt werden, und, die stolze Männer sind, werden sich beugen müssen. Der Herr aber wird allein hoch sein an jenem Tage. Denn der Tag des Herrn Zeberoth wird kommen über alles Hofffertige und Hohe und über alles Erhabene, dass es erniedrigt werde. Über alle hohen und erhabenen Zedern auf dem Libanon und über alle Eichen in Barsan, über alle hohen Berge und über alle erhabenen Hügel, über alle hohen Türme und über alle festen Mauern, über alle Schiffe im Meer und über alle kostbaren Boote, dass sich beugen muss alle Hoffart der Menschen und sich demütigen müssen, die stolze Männer sind, und der Herr allein hoch sei an jenem Tage. Und mit den Götzen wird's ganz aus sein. Da wird man in die Höhlen der Felsen gehen und in die Klüfte der Erde vor dem Schrecken des Herrn und vor seiner herrlichen Majestät, wenn er sich aufmachen wird, zu schrecken die Erde. An jenem Tage wird jedermann wegwerfen seine silbernen und goldenen Götzen, die er sich hatte machen lassen, um sie anzubeten, zu den Maulwürfen und Fledermäusen, damit er sich verkriechen kann in die Felsspalten und Steinklüfte vor dem Schrecken des Herrn und vor seiner herrlichen Majestät, wenn er sich aufmachen wird, zu schrecken die Erde. So lasset nun ab von dem Menschen, der nur ein Hauch ist, denn für was ist er zu achten? Kapitel 3 Siehe, der Herr, der Herr Zebaoth, wird von Jerusalem und Judah wegnehmen, Stütze und Stab. Allen Vorrat an Brot und allen Vorrat an Wasser, Helden und Kriegsleute, Richter und Propheten, Wahrsager und Älteste, Hauptleute und Vornehme, Ratsherren und Weise, Zauberer und Beschwörer. Und ich will ihnen Knaben zu Fürsten geben und Mutwillige sollen über sie herrschen. Und im Volk wird einer den anderen bedrängen, ein jeder seinen Nächsten. Der Junge geht los auf den Alten und der Verachtete auf den Geehrten. Dann wird einer seinen Nächsten, der in seines Vaters Hause ist, drängen, Du hast noch einen Mantel, sei unser Herr, dieser Trümmerhaufe sei unter deiner Hand. Er aber wird sie zu der Zeit beschwören und sagen, Ich bin kein Arzt. Es ist kein Brot und kein Mantel in meinem Hause. Mach mich nicht zum Herrn über das Volk. Denn Jerusalem ist gestrauchelt und Judah liegt da, Weil ihre Worte und ihr Tun wieder den Herrn sind, Dass sie seiner Majestät widerstreben. Dass sie die Person ansehen, zeugt gegen sie. Ihre Sünde rühmen sie sich wie die Leute in Sodom und verbergen sie nicht. Wehe ihnen! Denn damit bringen sie sich selbst in alles Unglück. Heil den Gerechten! Sie haben's gut! Denn sie werden die Frucht ihrer Werke genießen. Wehe aber den Gottlosen! Sie haben es schlecht! Denn es wird ihnen vergolten werden, wie sie es verdienen. Kinder sind Gebieter meines Volkes, und Weiber beherrschen es. Mein Volk, deine Führer verführen dich und verwirren den Weg, den du gehen sollst. Der Herr steht da zum Gericht und ist aufgetreten, sein Volk zu richten. Der Herr geht ins Gericht mit den Ältesten seines Volkes und mit seinen Fürsten. Ihr habt den Weinberg abgeweidet, und was ihr den Armen geraubt, ist in eurem Hause. Warum zertretet ihr mein Volk und zerschlagt das Angesicht der Elenden, spricht Gott, der Herr Zebaoth? So hat der Herr gesprochen. Weil die Töchter Zions stolz sind und gehen mit aufgerecktem Halse, mit lüsternen Augen, trippeln daher und tänzeln und haben kostbare Schuhe an ihren Füßen, deshalb wird der Herr den Scheitel der Töchter Zions kahl machen, und der Herr wird ihre Schläfe entblößen. Zu der Zeit wird der Herr den Schmuck an den kostbaren Schuhen wegnehmen, und die Stirnbänder, die Spangen, die Ohrringe, die Armspangen, die Schleier, die Hauben, die Schrittkettchen, die Gürtel, die Riechfläschchen, die Amulette, die Fingerringe, die Nasenringe, die Feierkleider, die Mäntel, die Tücher, die Täschchen, die Spiegel, die Hemden, die Kopftücher, die Überwürfe. Und es wird Gestank statt Wohlgeruch sein, und ein Strick statt eines Gürtels, und eine Glatze statt lockigen Haars, und statt des Prachtgewandes ein Sack, Brandmal statt Schönheit. Kapitel 4 Und sieben Frauen werden zu der Zeit einen Mann ergreifen und sprechen, wir wollen uns selbst ernähren und kleiden, lass uns nur nach deinem Namen heißen, dass unsere Schmach von uns genommen werde. Zu der Zeit wird, was der Herr sprießen lässt, lieb und wert sein, und die Frucht des Landes herrlich und schön bei denen, die erhalten bleiben in Israel. Und wer da wird übrig sein in Zion und übrig bleiben in Jerusalem, der wird heilig heißen, ein jeder, der aufgeschrieben ist zum Leben in Jerusalem. Wenn der Herr den Unflat der Töchter Zions abwaschen wird und die Blutschuld Jerusalems wegnehmen durch den Geist, der richten und ein Feuer anzünden wird, dann wird der Herr über der ganzen Stätte des Berges Zion und über ihren Versammlungen eine Wolke schaffen, am Tage, und Rauch und Feuerglanz in der Nacht. Ja, es wird ein Schutz sein über allem, was herrlich ist, und eine Hütte zum Schatten am Tage vor der Hitze, und Zuflucht und Obdach vor dem Wetter und Regen. Kapitel 5 Wohl an, ich will meinem lieben Freunde singen ein Lied von meinem Freund und seinem Weinberg. Mein Freund hatte einen Weinberg auf einer fetten Höhe, und er grub ihn um und entsteinte ihn und pflanzte darin edle Reben. Er baute auch einen Turm darin und grub eine Kälte und wartete darauf, dass er gute Trauben brächte. Aber er brachte schlechte. Nun richtet ihr Bürger zu Jerusalem und ihr Männer Judas zwischen mir und meinem Weinberg. Was sollte man noch mehr tun an meinem Weinberg, das ich nicht getan habe an ihm? Warum hat er denn schlechte Trauben gebracht, während ich darauf wartete, dass er gute brächte? Wohl an, ich will euch zeigen, was ich mit meinem Weinberg tun will. Sein Zaun soll weggenommen werden, dass er verwüstet werde, und seine Mauer soll eingerissen werden, dass er zertreten werde. Ich will ihn wüst liegen lassen, dass er nicht beschnitten noch gehackt werde, sondern Disteln und Dornen darauf wachsen, und will den Wolken gebieten, dass sie nicht darauf regnen. Des Herrn Zeberot Weinberg aber ist das Haus Israel, und die Männer Judas seine Pflanzung, an der sein Herz hing. Er wartete auf Rechtsspruch. Siehe, da war Rechtsbruch. Auf Gerechtigkeit, siehe, da war Geschrei über Schlechtigkeit. Weh denen, die ein Haus zum anderen bringen und einen Acker an den anderen rücken, bis kein Raum mehr da ist und sie allein das Land besitzen. Es ist in meinen Ohren das Wort des Herrn Zeberot. Für wahr, die vielen Häuser sollen veröden und die großen und feinen leer stehen. Denn zehn Morgen Weinberg sollen nur einen Eimer geben und zehn Scheffel Saat nur einen Scheffel. Weh denen, die des Morgens früh auf sind, dem Saufen nachzugehen und sitzen bis in die Nacht, dass sie der Wein erhitzt, und haben Harfen, Zittern, Pauken, Pfeifen und Wein in ihrem Wohlleben, aber sehen nicht auf das Werk des Herrn und schauen nicht auf das Tun seiner Hände. Darum wird mein Volk weggeführt werden, unversehens, und seine Vornehmen müssen Hunger leiden und die lärmende Menge Durst. Daher hat das Totenreich den Schlund weit aufgesperrt und den Rachen aufgetan ohne Maß, das hinunterfährt, was da prangt und lärmt, alle Übermütigen und Fröhlichen. So wird gebeugt der Mensch und gedemütigt der Mann, und die Augen der Hofffertigen werden erniedrigt, aber der Herzzeberot wird hoch sein im Gericht, und Gott, der Heilige, sich heilig erweisen in Gerechtigkeit. Da werden dann Lämmer weiden wie auf ihrer Trift und Ziegen sich nähren in den Trümmerstätten der Hinwegerafften. Weh denen, die das Unrecht herbeiziehen mit Stricken der Lüge und die Sünde mit Wagen seilen und sprechen, er lasse eilends und bald kommen sein Werk, dass wir es sehen, es nahe und treffe ein der Ratschluss des heiligen Israels, dass wir ihn kennenlernen. Weh denen, die böses Gut und Gutes Böse nennen, die aus Finsternis Licht und aus Licht Finsternis machen, die aus Sauer süß und aus Süß sauer machen. Weh denen, die weise sind in ihren eigenen Augen und halten sich selbst für klug. Weh denen, die Helden sind, Wein zu saufen und wackere Männer Rauschtrank zu mischen, die den Schuldigen gerecht sprechen für Geschenke und das Recht nehmen denen, die im Recht sind. Darum, wie des Feuers Flamme Stroh verzehrt und Stoppeln vergehen in der Flamme, so wird ihre Wurzel verfaulen und ihre Blüte auffliegen wie Staub. Denn sie verachten die Weisung des Herrn Zebaoth und lästern die Rede des heiligen Israels. Darum ist der Zorn des Herrn entbrannt über sein Volk und er reckt seine Hand wieder sie und schlägt sie, dass die Berge beben und ihre Leichen sind wie Kehricht auf den Gassen. Und bei all dem lässt sein Zorn nicht ab, sondern seine Hand ist noch ausgereckt. Er wird ein Feldzeichen aufrichten für das Volk in der Ferne und pfeift es herbei vom Ende der Erde. Und siehe, eilends und schnell kommen sie daher. Keiner unter ihnen ist müde oder schwach, keiner schlummert noch schläft. Keinem geht der Gürtel auf von seinen Hüften und keinem zerreißt ein Schuhriemen. Ihre Pfeile sind scharf und alle ihre Bogen gespannt. Die Hufe ihrer Rosse sind hart wie Kieselsteine und ihre Wagenräder sind wie ein Sturmwind. Ihr Brüllen ist wie das der Löwen und sie brüllen wie junge Löwen. Sie werden daher brausen und den Raub packen und davontragen, dass niemand retten kann. Und es wird über ihnen brausen zu der Zeit wie das Brausen des Meeres. Wenn man dann das Land ansehen wird, siehe, so ist's finster vor Angst, und das Licht scheint nicht mehr über ihnen. Kapitel 6 In dem Jahr, als der König Usia starb, sah ich den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Thron, und sein Saum füllte den Tempel. Seraphim standen über ihm. Ein jeder hatte sechs Flügel. Mit zweien deckten sie ihr Antlitz, mit zweien deckten sie ihre Füße, und mit zweien flogen sie. Und einer rief zum anderen und sprach, heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth, alle Lande sind seiner Ehre voll. Und die Schwellen bebten von der Stimme ihres Rufens, und das Haus ward voll Rauch. Da sprach ich, weh mir, ich vergehe, denn ich bin unreiner Lippen und wohne unter einem Volk von unreinen Lippen, denn ich habe den König, den Herrn Zebaoth, gesehen mit meinen Augen. Da flog einer der Seraphim zu mir und hatte eine glühende Kohle in der Hand, die er mit der Zange vom Altar nahm, und rührte meinen Mund an und sprach, »Siehe, hiermit sind deine Lippen berührt, dass deine Schuld von dir genommen werde und deine Sünde gesühnt sei.« Und ich hörte die Stimme des Herrn, wie er sprach, »Wen soll ich senden? Wer will unser Bote sein?« Ich aber sprach, »Hier bin ich, sende mich.« Und er sprach, »Geh hin und sprich zu diesem Volk, höret und verstehet's nicht, sehet und merket's nicht. Verstocke das Herz dieses Volks und lass ihre Ohren taub sein und ihre Augen blind, dass sie nicht sehen mit ihren Augen, noch hören mit ihren Ohren, noch verstehen mit ihrem Herzen und sich nicht bekehren und genesen. Ich aber sprach, »Herr, wie lange?« Er sprach, »Bis die Städte wüst werden, ohne Einwohner, und die Häuser ohne Menschen und das Feld ganz wüst da liegt. Denn der Herr wird die Menschen weit weg tun, sodass das Land sehr verlassen sein wird. Auch wenn nur der zehnte Teil darin bleibt, so wird es abermals verheert werden, doch wie bei einer Eiche und Linde, von denen beim Fällen noch ein Stumpf bleibt. Ein heiliger Same wird solcher Stumpf sein. Kapitel 7 Es begab sich zur Zeit des Ahas, des Sohnes Jothams, des Sohnes Usias, des Königs von Judah, da zogen Rezin, der König von Aram, und Pekach, der Sohn Remaljas, der König von Israel, herauf nach Jerusalem, um es zu bekämpfen. Sie konnten es aber nicht erobern. Da wurde dem Hause David angesagt, »Die Aramäer haben sich gelagert in Ephraim.« Da bebte ihm das Herz und das Herz seines Volkes, wie die Bäume im Walde beben vom Winde. Aber der Herr sprach zu Jesaja, »Geh hinaus, Ahas entgegen, du und dein Sohn Shea-Jashub, an das Ende der Wasserleitung des oberen Teiches, an der Straße beim Acker des Walkers, und sprich zu ihm, »Hüte dich und bleibe still, fürchte dich nicht, und dein Herz sei unverzagt vor diesen beiden Brandscheiten, die nur noch rauchen, vor dem Zorn Rezins und der Aramäer und des Sohnes Remaljas.« Weil die Aramäer gegen dich Böses ersonnen haben, samt Ephraim und dem Sohn Remaljas, und sagen, »Wir wollen hinaufziehen nach Judah und es erschrecken und für uns erobern und zum König darin machen, den Sohn Tabeals.« So spricht Gott der Herr. Es soll nicht geschehen und nicht so gehen, sondern wie Damaskus das Haupt ist von Aram, so soll Rezin nur das Haupt von Damaskus sein, und in fünfundsechzig Jahren soll es mit Ephraim aus sein, dass sie nicht mehr ein Volk sein. Und wie Samaria das Haupt ist von Ephraim, so soll der Sohn Remaljas nur das Haupt von Samaria sein. Glaubt ihr nicht, so bleibt ihr nicht. Und der Herr redete abermals zu Ahas und sprach, »Fordere dir ein Zeichen vom Herrn, deinem Gott, es sei drunten in der Tiefe oder droben in der Höhe.« Aber Ahas sprach, »Ich will's nicht fordern, damit ich den Herrn nicht versuche.« Da sprach Jesaja, »Wohl an, so hört ihr vom Hause David. Ist's euch zu wenig, dass ihr Menschen müde macht? Müsst ihr auch meinen Gott müde machen? Darum wird euch der Herr selbst ein Zeichen geben. Siehe, eine Jungfrau ist schwanger und wird einen Sohn gebären, den wird sie nennen Immanuel. Butter und Honig wird er essen, bis er weiß, Böses zu verwerfen und Gutes zu erwählen. Denn ehe der Knabe lernt, Böses verwerfen und Gutes erwählen, wird das Land verödet sein, vor dessen zwei Königen dir graut. Der Herr wird über dich, über dein Volk und über deines Vaters Haus Tage kommen lassen, wie sie nicht gekommen sind seit der Zeit, da Ephraim sich von Judah schied, nämlich durch den König von Assyrien. Zu der Zeit wird der Herr herbeipfeifen die Fliege am Ende der Ströme Ägyptens und die Biene im Lande Assur, dass sie kommen und sich alle niederlassen in den tiefen Tälern und in den Steinklüften und in allen Hecken und an jeder Tränke. Zu der Zeit wird der Herr das Haupt und die Haare am Leib scheren und den Bart abnehmen durch das Schermesser, das gedungen ist jenseits des Stroms, durch den König von Assyrien. Zu der Zeit wird ein Mann eine junge Kuh und zwei Schafe aufziehen und wird so viel zu melken haben, dass er Butter essen wird. Denn Butter und Honig wird essen, wer übrig bleiben wird im Lande. Und es wird zu der Zeit geschehen, wo jetzt tausend Weinstöcke stehen, tausend Silberstücke wert, da werden Dornen und Disteln sein, dass man mit Pfeil und Bogen dahin gehen muss. Denn im ganzen Lande werden Dornen und Disteln sein, dass man auch zu all den Bergen, die man jetzt mit der Hacke zu behacken pflegt, nicht kommen kann aus Scheu vor Dornen und Disteln, sondern man wird Rinder darüber treiben und Schafe es zertreten lassen. Kapitel 8 Und der Herr sprach zu mir, nimm dir eine große Tafel und schreib darauf mit deutlicher Schrift, Raube bald, Eilebeute. Und ich nahm mir zwei treue Zeugen, den Priester Uriah und Zachariah, den Sohn Jeberechas. Und ich ging zu der Prophetin, die ward schwanger und gebar einen Sohn. Und der Herr sprach zu mir, nenne ihn, Raube bald, Eilebeute. Denn ehe der Knabe rufen kann, lieber Vater, liebe Mutter, soll die Macht von Damaskus und die Beute aus Samaria weggenommen werden durch den König von Assyrien. Und der Herr redete weiter mit mir und sprach, weil dies Volk verachtet die Wasser von Siloah, die still dahin fließen und in Angst zerfließt vor Rezin und dem Sohn Remaljas, Siehe, so wird der Herr über sie kommen lassen, die starken und vielen Wasser des Stromes, nämlich den König von Assyrien und alle seine Macht, dass sie über alle ihre Ränder fluten und über alle ihre Ufer gehen. Und sie werden einbrechen in Judah und wegschwemmen und überfluten, bis sie an den Hals reichen. Und sie werden ihre Flügel ausbreiten, dass sie dein Land, o Immanuel, füllen, soweit es ist. Tobet, ihr Völker, ihr müsst doch fliehen. Hört's alle, die ihr in fernen Landen seid. Rüstet euch, ihr müsst doch fliehen. Rüstet euch, ihr müsst doch fliehen. Beschließt einen Rat, und es werde nichts daraus. Beredet euch, und es geschehe nicht. Denn hier ist Immanuel. Denn so sprach der Herr zu mir, als seine Hand über mich kam und er mich warnte, ich sollte nicht wandeln auf dem Wege dieses Volkes. Ihr sollt nicht alles Verschwörung nennen, was dies Volk Verschwörung nennt. Und vor dem, was sie fürchten, fürchtet euch nicht und lasst euch nicht grauen, sondern verschwört euch mit dem Herrn Zebaoth. Den lasst eure Furcht und euren Schrecken sein. Er wird ein Fallstrick sein und ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses für die beiden Häuser Israel. Ein Fallstrick und eine Schlinge für die Bürger Jerusalems. Dass viele von ihnen sich daran stoßen, fallen, zerschmettern, verstrickt und gefangen werden. Ich soll verschließen die Offenbarung, versiegeln die Weisung in meinen Jüngern und will hoffen auf den Herrn, der sein Antlitz verborgen hat vor dem Hause Jakob und will auf ihn harren. Siehe, hier bin ich und die Kinder, die mir der Herr gegeben hat als Zeichen und Weissagung in Israel vom Herrn Zebaoth, der auf dem Berge Zion wohnt. Wenn sie aber zu euch sagen, ihr müsst die Totengeister und Beschwörer befragen, die da flüstern und murmeln, so sprecht, soll nicht ein Volk seinen Gott befragen? Oder soll man für Lebendige die Toten befragen? Hin zur Weisung und hin zur Offenbarung. Werden sie das nicht sagen, so wird ihnen kein Morgenrot scheinen, sondern sie werden im Lande umhergehen, hart geschlagen und hungrig. Und wenn sie Hunger leiden, werden sie zürnen und fluchen ihrem König und ihrem Gott. Und sie werden über sich blicken und unter sich die Erde ansehen und nichts finden als Trübsal und Finsternis. Denn sie sind im Dunkel der Angst und gehen irre im Finstern. Doch es wird nicht dunkel bleiben über denen, die in Angst sind. Hat er in früherer Zeit in Schmach gebracht, das Land Sebulon und das Land Naphtali, so wird er hernach zu Ehren bringen den Weg am Meer, das Land jenseits des Jordan, das Galiläa der Heiden. Kapitel 9 Kapitel 9 Kapitel 9 Kapitel 10 Kapitel 10 Kapitel 10 Kapitel 10 Kapitel 11 Kapitel 10 Kapitel 10 Und ihre Feinde stachelt er auf, die Aramäer von vorn und die Philister von hinten, dass sie Israel fressen mit vollem Maul. Bei all dem lässt sein Zorn noch nicht ab, seine Hand ist noch ausgestreckt. Aber das Volk kehrt nicht um zu dem, der es schlägt, und fragt nicht nach dem Herrn Zebaoth. Darum haut der Herr von Israel Kopf und Schwanz ab, Ast und Stumpf, auf einen Tag. Die Ältesten und die Vornehmen sind der Kopf, die Propheten aber die Falschlehren sind der Schwanz. Denn die Leiter dieses Volkes sind Verführer, und die sich leiten lassen, sind verloren. Darum kann der Herr ihre junge Mannschaft nicht verschonen, noch ihrer Weisen und Witwen sich erbarmen. Denn sie sind allzumal gottlos und böse, und aller Mund redet Torheit. Bei all dem lässt sein Zorn noch nicht ab, seine Hand ist noch ausgereckt. Denn die Bosheit lodert wie Feuer. Das verzehrt Dornen und Disteln und zündet den dichten Wald an und gibt hohen Rauch. Vom Zorn des Herrn Zebaoth brennt das Land, das das Volk wird wie ein Fraß des Feuers. Keiner schont den anderen. Sie verschlingen zur Rechten und leiden Hunger. Sie fressen zur Linken und werden doch nicht satt. Ein jeder frisst das Fleisch seines Nächsten, Manasseh den Ephraim, Ephraim den Manasseh, und sie beide miteinander sind gegen Judah. Bei all dem lässt sein Zorn nicht ab, seine Hand ist noch ausgereckt. Kapitel 10 Weh denen, die unrechte Gesetze machen, und den Schreibern die Unrechtes Urteil schreiben, um die Sache der Armen zu beugen und Gewalt zu üben am Recht der Elenden in meinem Volk, dass die Witwen ihr Raub und die Weisen ihre Beute werden. Was wollt ihr tun am Tage der Heimsuchung und des Unheils, das von Ferne kommt? Zu wem wollt ihr fliehen um Hilfe? Und wo wollt ihr eure Herrlichkeit lassen? Wer sich nicht unter die Gefangenen bückt, wird unter den Erschlagenen fallen. Bei all dem lässt sein Zorn nicht ab, seine Hand ist noch ausgereckt. Wehe, Assur, der meines Zornes Rute und meines Grimmes Stecken ist! Ich sende ihm wieder ein gottloses Volk und gebe ihm Befehl wieder das Volk, dem ich zürne, dass er's beraube und ausplündere und es zertrete wie Dreck auf der Gasse. Aber er meint's nicht so, und sein Herz denkt nicht so, sondern sein Sinn steht danach, zu vertilgen und auszurotten nicht wenige Völker. Denn er spricht, sind meine Fürsten nicht allesamt Könige? Ist Kalno nicht wie Karkemisch? Ist Hamad nicht wie Arpat? Ist nicht Samaria wie Damaskus? Wie meine Hand gefunden hat die Königreiche der Götzen, obwohl ihre Götzen mehr waren, als die zu Jerusalem und Samaria sind. Sollte ich nicht Jerusalem tun und seinen Götzen, wie ich Samaria und seinen Götzen getan habe? Wenn aber der Herr all sein Werk ausgerichtet hat, auf dem Berge Zion und zu Jerusalem, wird er sprechen, Ich will heimsuchen die Frucht des Hochmuts des Königs von Assyrien und den Stolz seiner hofffertigen Augen, weil er spricht, Ich hab's durch meine Hände Kraft ausgerichtet und durch meine Weisheit, denn ich bin klug. Ich habe die Grenzen der Länder anders gesetzt und ihre Schätze geraubt und wie ein Stier die Bewohner zu Boden gestoßen. Meine Hand hat gefunden den Reichtum der Völker wie ein Vogelnest. Und ich habe alle Länder zusammengerafft, wie man Eier sammelt, die verlassen sind. Kein Flügel regte sich, und kein Schnabel sperrte sich auf und zirpte. Vermag sich auch eine Axt zu rühmen, wieder den, der damit haut, oder eine Säge groß zu tun, wieder den, der sie zieht? Als ob die Rute den Schwänge, der sie hebt. Als ob der Stock den Höbe, der kein Holz ist. Darum wird der Herr, der Herr Zebaoth, unter die Fetten in Assur die Auszehrung senden, und seine Herrlichkeit wird er anzünden, dass sie brennen wird wie ein Feuer. Und das Licht Israels wird ein Feuer sein, und sein Heiliger wird eine Flamme sein, und sie wird seine Dornen und Disteln anzünden und verzehren auf einen Tag. Und die Herrlichkeit seiner Wälder und Gärten soll zunichte werden mit Stumpf und Stiel, und wird vergehen und dahinschwinden, dass die Bäume seiner Wälder, die übrig bleiben, gezählt werden können, und ein Knabe kann sie aufschreiben. Zu der Zeit werden die übrig gebliebenen von Israel und, was entkommen ist vom Hause Jakob, sich nicht mehr verlassen auf den, der sie schlägt, sondern sie werden sich verlassen auf den Herrn, den heiligen Israels, in Treue. Ein Rest wird sich bekehren, ja, der Rest Jakobs, zu Gott, dem Starken. Denn wäre auch dein Volk, o Israel, wie Sand am Meer, so soll doch nur ein Rest in ihm bekehrt werden. Verderben ist beschlossen und bringt Fluten von Gerechtigkeit. Denn Gott, der Herr Zebaot, wird Verderben ergehen lassen, wie beschlossen ist, im ganzen Lande. Darum spricht Gott, der Herr Zebaot. Fürchte dich nicht, mein Volk, das in Zion wohnt vor Assur, der dich mit dem Stecken schlägt und seinen Stab gegen dich aufhebt, wie es in Ägypten geschah. Denn es ist nur noch eine kleine Weile, so wird meine Ungnade ein Ende haben, und mein Zorn wird sich richten auf sein Verderben. Als dann wird der Herr Zebaot eine Geißel über ihn schwingen, wie in der Schlacht Midians am Rabenfelsen, und wird seinen Stab, den er am Meer brauchte, aufheben wie in Ägypten. Zu der Zeit wird seine Last von deiner Schulter weichen müssen und sein Joch von deinem Halse. Er zieht herauf von Rimon, er kommt nach Ayat. Er zieht durch Mikron, er lässt seinen Tross zu Michmas. Sie ziehen durch den engen Weg, bleiben in Geba über Nacht. Rama erschrickt. Das Gibea Sauls flieht. Du, Tochter Galim, schreie laut. Merke auf, La Jescha. Gib ihm Antwort, Anatot. Matmena weicht, die Bürger von Gebi im Laufen davon. Noch heute wird er Halt machen in Nob. Er wird seine Hand ausstrecken gegen den Berg der Tochter Zion, gegen den Hügel Jerusalems. Aber siehe, der Herr, der Herr Zebaoth, wird die Äste mit Macht abhauen und, was hoch aufgerichtet steht, niederschlagen, dass die Hohen erniedrigt werden. Und der dichte Wald wird mit dem Eisen umgehauen werden, und der Libanon wird fallen durch einen Mächtigen. Kapitel 11 Und es wird ein Reis hervorgehen aus dem Stamm Isais und ein Zweig aus seiner Wurzel Frucht bringen. Auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Stärke, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Und wohlgefallen wird er haben an der Furcht des Herrn. Er wird nicht richten nach dem, was seine Augen sehen, noch Urteil sprechen nach dem, was seine Ohren hören, sondern wird mit Gerechtigkeit richten die Armen und rechtes Urteil sprechen den Elenden im Lande. Und er wird mit dem Stabe seines Mundes den Gewalttätigen schlagen und mit dem Odem seiner Lippen den Gottlosen töten. Gerechtigkeit wird der Gurt seiner Länden sein und die Treue der Gurt seiner Hüften. Da werden die Wölfe bei den Lämmern wohnen und die Panther bei den Böcken lagern. Ein kleiner Knabe wird Kälber und junge Löwen und Mastvieh miteinander treiben. Kühe und Bären werden zusammen weiden, daß ihre Jungen beieinander liegen, und Löwen werden Stroh fressen wie die Rinder. Und ein Säugling wird spielen am Loch der Otter, und ein entwöhntes Kind wird seine Hand stecken in die Höhle der Natter. Man wird nirgends Sünde tun, noch freveln auf meinem ganzen heiligen Berge. Denn das Land wird voll Erkenntnis des Herrn sein, wie Wasser das Meer bedeckt. Und es wird geschehen zu der Zeit, daß das Reis aus der Wurzel Isais dasteht als Zeichen für die Völker. Nach ihm werden die Heiden fragen, und die Städte, da er wohnt, wird herrlich sein. Und der Herr wird zu der Zeit zum zweiten Mal seine Hand ausstrecken, daß er den Rest seines Volkes loskaufe, der übrig geblieben ist in Assur, Ägypten, Patros, Kusch, Elam, Sinea, Hamad und auf den Inseln des Meeres. Und er wird ein Zeichen aufrichten unter den Völkern und zusammenbringen die Verjagten Israels und die zerstreuten Judas sammeln von den vier Enden der Erde. Und der Neid Ephraims wird aufhören und die Feindschaft Judas ausgerottet werden, daß Ephraim nicht mehr neidisch ist auf Judah und Judah nicht mehr Ephraim Feind ist. Sie werden sich stürzen auf das Land der Philister im Westen und miteinander berauben alle, die im Osten wohnen. Nach Edom und Moab werden sie ihre Hände ausstrecken, die Ammoniter werden ihnen gehorsam sein. Und der Herr wird austrocknen die Zunge des Meeres von Ägypten und wird seine Hand gehen lassen über den Euphrat mit seinem starken Wind und ihnen sieben Bäche zerschlagen, so daß man mit Schuhen hindurch gehen kann. Und es wird eine Straße da sein für den Rest seines Volkes, das übrig geblieben ist in Assur, wie sie für Israel da war zur Zeit, als sie aus Ägyptenland zogen. Kapitel 12 Zu der Zeit wirst du sagen, ich danke dir, Herr, daß du bist zornig gewesen über mich und dein Zorn sich gewendet hat und du mich tröstest. Siehe, Gott ist mein Heil. Ich bin sicher und fürchte mich nicht, denn Gott, der Herr, ist meine Stärke und mein Psalm und ist mein Heil. Ihr werdet mit Freuden Wasser schöpfen aus den Heilsbrunnen und ihr werdet sagen zu der Zeit, danket dem Herrn, rufet an seinen Namen, machet kund unter den Völkern sein Tun, verkündiget, wie sein Name so hoch ist. Lob singet dem Herrn, denn er hat sich herrlich bewiesen. Solches sei kund in allen Landen. Jauchze und rühme, du Tochter Zion, denn der Heilige Israels ist groß bei dir. Kapitel 13 Dies ist die Last für Babel, die Jesaja, der Sohn des Amots, geschaut hat. Auf hohem Berge erhebt das Banner, ruft laut ihnen zu, winkt mit der Hand, daß sie einziehen durch die Tore der Fürsten. Ich habe meine Geheiligten entboten zu meinem Zorngericht und meine Starken gerufen, die da jauchzen über meine Herrlichkeit. Es ist Geschrei und Lärm auf den Bergen wie von einem großen Volk, Geschrei und Getümmel von den versammelten Königreichen der Völker. Der Herr Zebeot rüstet ein Heer zum Kampf. Sie kommen aus fernen Landen, vom Ende des Himmels, ja, der Herr selbst sammt den Werkzeugen seines Zorns, um zu verderben die ganze Erde. Heulet, denn des Herrn Tag ist nahe. Er kommt wie eine Verwüstung vom Allmächtigen. Darum werden alle Hände schlaff, und aller Menschen Herz wird feige sein. Schrecken, Angst und Schmerzen wird sie ankommen, es wird ihnen Bange sein wie einer Gebärenden. Einer wird sich vor dem Andern entsetzen, Feuerrot werden ihre Angesichter sein. Denn siehe, des Herrn Tag kommt grausam, zornig, grimmig, die Erde zu verwüsten und die Sünder von ihr zu vertilgen. Denn die Sterne am Himmel und sein Orion scheinen nicht hell. Die Sonne geht finster auf, und der Mond gibt keinen Schein. Ich will den Erdkreis heim suchen, um seiner Bosheit willen, und die Gottlosen um ihrer Missetat willen, und will dem Hochmut der Stolzen ein Ende machen und die Hoffart der Gewaltigen demütigen. Dass ein Mann kostbarer sein soll als Feingold, und ein Mensch wertvoller als Goldstücke aus Ophir. Darum will ich den Himmel bewegen, und die Erde soll beben und von ihrer Stätte weichen durch den Grimm des Herrn Zebaoth am Tage seines Zorns. Und sie sollen sein wie ein verscheuchtes Reh und wie eine Herde ohne Hirten, dass sich ein jeder zu seinem Volk kehren und ein jeder in sein Land fliehen wird. Wer da gefunden wird, wird erstochen, und wen man aufgreift, wird durchs Schwert fallen. Es sollen auch ihre Kinder vor ihren Augen zerschmettert, ihre Häuser geplündert und ihre Frauen geschändet werden. Denn siehe, ich will die Meder gegen sie erwecken, die nicht Silber suchen oder nach Gold fragen, sondern die Jünglinge mit Bogen erschießen und sich der Frucht des Leibes nicht erbarmen und die Kinder nicht schonen. So soll Babel, das Schönste unter den Königreichen, die herrliche Pracht der Kaldäer, zerstört werden von Gott wie Sodom und Gomorra, dass man hinfort nicht mehr da wohne, noch jemand da bleibe für und für, dass auch Araber dort keine Zelte aufschlagen, noch Hirten ihre Herden lagern lassen, sondern Wüstentiere werden sich da lagern, und ihre Häuser werden voll Eulen sein. Strauße werden da wohnen, und Feldgeister werden da hüpfen, und wilde Hunde werden in ihren Palästen heulen und Schakale in den Schlössern der Lust. Kapitel 14 Denn der Herr wird sich über Jakob erbarmen und Israel noch einmal erwählen und sie in ihr Land setzen. Und Fremdlinge werden sich zu ihnen gesellen und dem Hause Jakob anhangen. Und die Völker werden Israel nehmen und an seinen Ort bringen, und dann wird das Haus Israel sie als Knechte und Mägde besitzen im Lande des Herrn. Und sie werden gefangen halten, die, von denen sie gefangen waren, und werden herrschen über ihre Bedränger. Und zu der Zeit, wenn dir der Herr Ruhe geben wird von deinem Jammer und Leid und von dem harten Dienst, in dem du gewesen bist, wirst du dies Lied anheben gegen den König von Babel und sagen, wie ist's mit dem Treiber so gar aus, und das Toben hat ein Ende. Der Herr hat den Stock der Gottlosen zerbrochen, die Rute der Herrscher. Der schlug die Völker im Grimm ohne Aufhören und herrschte mit Wüten über die Nationen und verfolgte ohne Erbarmen. Nun hat Ruhe und Frieden alle Welt und jubelt fröhlich. Auch freuen sich die Zypressen über dich und die Zedern auf dem Libanon und sagen, seit du da liegst, kommt niemand herauf, der uns abhaut. Das Totenreich drunten erzittert vor dir, wenn du nun kommst. Es schreckt auf vor dir die Toten, alle Gewaltigen der Welt. Und lässt alle Könige der Völker von ihren Thronen aufstehen, dass sie alle anheben und zu dir sagen, auch du bist schwach geworden wie wir, und es geht dir wie uns. Deine Pracht ist herunter zu den Toten gefahren, samt dem Klang deiner Harfen. Gewürm wird dein Bett sein und Würmer deine Decke. Wie bist du vom Himmel gefallen, du schöner Morgenstern! Wie wurdest du zu Boden geschlagen, der du alle Völker niederschlugst? Du aber gedachtest in deinem Herzen, ich will in den Himmel steigen und meinen Thron über die Sterne Gottes erhöhen, ich will mich setzen auf den Berg der Versammlung im fernsten Norden. Ich will auffahren über die hohen Wolken und gleich sein dem Allerhöchsten. Ja, hinunter zu den Toten fuhrest du, zur tiefsten Grube. Wer dich sieht, wird auf dich schauen, wird dich ansehen und sagen, Ist das der Mann, der die Welt zittern und die Königreiche Beben machte, der den Erdkreis zur Wüste machte und seine Städte zerstörte und seine Gefangenen nicht nach Hause entließ? Alle Könige der Völker ruhen doch in Ehren, ein jeder in seiner Kammer. Du aber bist hingeworfen ohne Grab wie ein verachteter Zweig, bedeckt von Erschlagenen, die mit dem Schwert erstochen sind, wie eine zertretene Leiche. Du wirst nicht wie jene begraben werden, die hinabfahren in eine steinerne Gruft. Denn du hast dein Land verderbt und dein Volk erschlagen. Man wird des Geschlechtes der Bösen nicht mehr gedenken. Richtet die Schlachtbank zu für seine Söhne um der Missetat ihres Vaters Willen, dass sie nicht wieder hochkommen und die Welt erobern und den Erdkreis voll Trümmer machen. Und ich will über sie kommen, spricht der Herr Zebaoth, und von Babel ausrotten Name und Rest, Kind und Kindeskind, spricht der Herr. Und ich will Babel machen zum Erbe für die Igel und zu einem Wassersumpf und will es mit dem Besen des Verderbens wegfegen, spricht der Herr Zebaoth. Der Herr Zebaoth hat geschworen, was gilt's? Es soll gehen, wie ich denke, und soll zustande kommen, wie ich's im Sinn habe, dass Assur zerschlagen werde in meinem Lande und ich es zertrete auf meinen Bergen, damit sein Joch von ihnen genommen werde und seine Last von ihrem Halse komme. Das ist der Ratsschluss, den er hat über alle Lande, und das ist die Hand, die ausgereckt ist über alle Völker. Denn der Herr Zebaoth hat's beschlossen, wer will's wehren? Und seine Hand ist ausgereckt, wer will sie wenden? Im Jahr, als König Ahas starb, wurde diese Last angekündigt. Freue dich nicht, ganz Philisterland, daß der Stock, der dich schlug, zerbrochen ist. Denn aus der Wurzel der Schlange wird eine giftige Natter kommen, und ihre Frucht wird ein feuriger, fliegender Drache sein. Die Geringen werden auf meiner Aue weiden und die Armen sicher ruhen. Aber deine Wurzel will ich durch Hunger töten, und deine übrig gebliebenen werde ich morden. Heule, Tor! Schreie, Stadt! Erzittere, ganz Philisterland! Denn von Norden kommt Rauch, und keiner sondert sich ab von seinen Scharen. Und was wird man den Boten der Heiden sagen? Der Herr hat Zion gegründet, und hier werden die Elenden seines Volkes Zuflucht haben. Kapitel 15 Dies ist die Last für Moab. Des Nachts kommt Verheerung über Ar in Moab. Es ist dahin. Des Nachts kommt Verheerung über Kir in Moab. Es ist dahin. Es geht hinauf, die Tochter Dibon, zu den Altären, um zu weinen. Moab heult über Nebo und über Medeba. Jedes Haupt ist kahlgeschoren, jeder Bart ist abgeschnitten. Auf ihren Gassen gehen sie mit dem Sack umgürtet. Auf ihren Dächern und Straßen heulen sie alle und gehen weinend einher. Hisbon und Elale schreien, dass man's zu Yaza hört. Darum weglagen die gerüsteten Moabs. Es verzagt ihre Seele. Mein Herz schreit über Moab. Seine Flüchtigen fliehen bis nach Zoa, bis Eglat-Shelishia. Denn sie gehen die Steige von Luhit hinauf und weinen und auf dem Wege nach Horanahim erhebt sich ein Jammergeschrei. Denn die Wasser von Nimrim versiegen, dass das Gras verdorrt und das Kraut verwelkt und kein Grünes wächst. Darum führen sie das Gut, das sie gesammelt und alles, was sie verwahrt haben, über den Weidenbach. Geschrei geht um in den Grenzen Moabs. Geheul bis Eglayim und geheul bis Beer-Elim. Denn die Wasser von Dämonen sind voll Blut. Dazu will ich über Dämonen noch mehr Unheil kommen lassen, Löwen über die entronnenen Moabs und über die übrig gebliebenen im Lande. Kapitel 16 Schickt dem Landesherrn die Lämmer von Sela aus der Wüste zum Berge der Tochter Zion. Wie ein Vogel dahin fliegt, der aus dem Nest vertrieben wird, so werden die Bewohner Moabs an den Furten des Arnon sein. Gib Rat, schaffe Recht, mache deinen Schatten des Mittags wie die Nacht, verbirg die Verjagten und verrate die Flüchtigen nicht. Lass Moabs Verjagte bei dir herbergen, sei du für Moab eine Zuflucht vor dem Verwüster. Der Dränger wird ein Ende haben, der Verwüster aufhören und der Bedrücker aus dem Lande müssen. Dann wird ein Thron bereitet werden aus Gnaden, dass einer in Treue darauf sitze in der Hütte Davids und richte und trachte nach Recht und fördere Gerechtigkeit. Wir haben gehört von dem Hochmut Moabs, der so groß ist, von seinem Hochmut, seinem Stolz und Mutwillen und seinem eitlen Geschwätz. Darum wird ein Moabiter über den anderen heulen, allesamt werden sie heulen. Über die Traubenkuchen von Kir Hareset werden sie seufzen, ganz zerschlagen. Denn die Fluren von Hispon sind Wüst geworden, der Weinstock von Sibmar ist verderbt. Die Herren unter den Völkern haben seine edlen Reben zerschlagen, die bis nach Jaseer reichten und sich zogen bis in die Wüste. Ihre Ranken breiteten sich aus und gingen über das Meer. Darum weine ich mit Jaseer um den Weinstock von Sibmar und vergieße viel Tränen über dich, Hezboen und Elale. Denn es ist Kriegsgeschrei in deinen Herbst und deine Ernte gefallen, dass Freude und Wonne in den Gärten aufhören und in den Weinbergen jauchzt und ruft man nicht mehr. Man kältert keinen Wein in den Keltern, dem Gesang ist ein Ende gemacht. Darum klagt mein Herz über Moab wie eine Harfe und meine Seele über Kier Heeres. Als dann, wenn Moab hingeht und sich abmüht bei den Altären und kommt zu seinem Heiligtum um zu beten, so wird's doch nichts ausrichten. Das ist's, was der Herr damals gegen Moab geredet hat. Nun aber redet der Herr und spricht, in drei Jahren, wie eines Tagelöhners Jahre sind, wird die Herrlichkeit Moabs gering werden mit all dem großen Gepränge, das wenig übrig bleibt, gar nicht viel. Kapitel 17 Dies ist die Last für Damaskus. Siehe, Damaskus wird keine Stadt mehr sein, sondern ein zerfallener Steinhaufen. Seine Städte werden verlassen sein für immer, dass Herden dort weiden, die niemand verscheucht. Und es wird aus sein mit dem Bollwerk Ephraims und mit dem Königtum von Damaskus. Und dem Rest von Aram wird es gehen wie der Herrlichkeit Israels, spricht der Herr Zebaot. Zu der Zeit wird die Herrlichkeit Jakobs gering sein und sein fetter Leib wird mager sein. Es wird sein, wie wenn der Schnitter die Halme fasst und mit seinem Arm die Ähren schneidet, wie wenn einer Ähren liest im Tal Rephaim. Wie wenn man Oliven herunterschlägt in der Ernte und eine Nachernte bleibt, zwei oder drei oben in dem Wipfel, vier oder fünf Früchte an den Zweigen, spricht der Herr, der Gott Israels. Zu der Zeit wird der Mensch blicken auf den, der ihn gemacht hat, und seine Augen werden auf den heiligen Israels schauen. Und er wird nicht mehr blicken auf die Altäre, die seine Hände gemacht haben, und nicht schauen auf das, was seine Finger gemacht haben, auf die Bilder der Aschera und auf die Rauchopfersäulen. Zu der Zeit werden ihre festen Städte verlassen sein, wie die Städte der Heviter und Amoriter, die sie verließen vor Israel und zur Wüste werden. Denn du hast vergessen den Gott deines Heils und nicht gedacht an den Felsen deiner Stärke. Darum setze nur Pflanzen zu deiner Lust und lege Reben aus der Fremde. Auch wenn du sie hochbringst am Tag, da du sie pflanzest und sie zum Sprießen bringst an dem Morgen, da du sie säest, hin ist die Ernte, wenn du die Garben einbringen willst, und du wirst Schmerzen haben, die niemand heilt. Ha, ein Brausen vieler Völker, wie das Meer brausen sie, und ein Getümmel mächtiger Nationen, wie große Wasser tosen sie. Ja, wie große Wasser werden die Nationen tosen, aber er wird sie schelten, da werden sie in die Ferne fliehen und werden gejagt wie Spreu auf den Bergen vom Winde und wie wirbelnde Blätter vom Ungewitter. Um den Abend siehe, da ist Schrecken, und ehe es morgen wird, sind sie nicht mehr da. Das ist der Lohn unserer Räuber und das Los derer, die uns das unsere nehmen. Kapitel 18 Weh dem Lande voll schwirrender Flügel jenseits der Ströme von Kusch, das Boten über das Meer sendet und in leichten Schiffen auf den Wassern fährt. Geht hin, ihr schnellen Boten, zum Volk, das hochgewachsen und glatt ist, zum Volk, das schrecklicher ist als sonst irgendeins, zum Volk, das befiehlt und zertritt, dessen Land Wasserströme durchschneidet. Alle, die ihr auf Erden wohnt und in den Ländern lebt, wenn man das Banner auf den Bergen aufrichtet, so sehet, wenn man die Posaune bläst, so höret, denn so spricht der Herr zu mir, ich will schauen von meiner Stätte und will still warten wie drückende Hitze am hohen Mittag und wie Taugewölk in der Hitze der Ernte. Denn vor der Ernte, wenn die Blüte vorüber ist und die Traube noch reift, wird er die Ranken mit Winzermessern abschneiden und die Reben wegnehmen und abhauen, dass man's miteinander liegen lässt für die Geier auf den Bergen und die Tiere im Lande, dass im Sommer die Geier darauf sitzen und im Winter allerlei Tiere im Lande darauf liegen. Zu der Zeit wird das hochgewachsene und glatte Volk, das schrecklicher ist als sonst irgendeins, das befiehlt und zertritt, dessen Land Wasserströme durchschneiden, Geschenke bringen dem Herrn Zeberoth an den Ort, da der Name des Herrn Zeberoth wohnt, zum Berge Zion. Kapitel 19 Dies ist die Last für Ägypten. Siehe, der Herr wird auf einer schnellen Wolke fahren und über Ägypten kommen. Da werden die Götzen Ägyptens vor ihm beben und den Ägyptern wird das Herz feige werden in ihrem Leibe. Und ich will die Ägypter gegeneinander hetzen, dass ein Bruder wieder den Anderen, ein Freund wieder den Anderen, eine Stadt wieder die Andere, ein Reich wieder das Andere kämpfen wird. Und der Mut soll den Ägyptern in ihrem Herzen vergehen, und ich will ihre Anschläge zunichte machen. Da werden sie dann fragen, ihre Götzen und Beschwörer, ihre Geister und Zeichen deuter. Aber ich will die Ägypter übergeben in die Hand eines grausamen Herrn, und ein harter König soll über sie herrschen, spricht der Herrscher der Herr Zebaoth. Und das Wasser im Nil wird vertrocknen, und der Strom wird versiegen und verschwinden, und die Wasser werden stinkend werden, und die Flüsse Ägyptens werden seicht und trocken werden, das Rohr und Schilf verwelken, und das Gras an den Wassern wird vergehen, und alle Saat am Wasser wird verdorren und zunichte werden, und die Fischer werden trauern, und alle, die Angeln ins Wasser werfen, werden klagen, und alle, die Netze auswerfen, in den Strom, werden betrübt sein. Es werden zu Schanden, die da Flachs kämmen und verarbeiten, und die da Weben werden erbleichen, die Weber werden geschlagen sein, und alle, die um Lohn arbeiten, sind bekümmert. Die Fürsten von Zoan sind Toren, die Weisenräte des Pharao sind mit ihrem Rat zu Narren geworden. Wie könnt ihr zum Pharao sagen, ich bin ein Sohn von Weisen und komme von Königen der Vorzeit her. Wo sind denn nun deine Weisen, dass sie dir's verkündigen und anzeigen, was der Herr Zebaot über Ägypten beschlossen hat? Die Fürsten von Zoan sind zu Toren geworden, die Fürsten von Nov sind betrogen, die Häupter seiner Geschlechter verführen Ägypten, denn der Herr hat einen Taumelgeist über sie ausgegossen, dass sie Ägypten Taumeln machen in all seinem Tun, wie ein Trunkenboll taumelt, wenn er speit. Und Ägypten wird nichts gelingen, was Kopf oder Schwanz, Ast oder Stumpf ausrichten wollen. Zu der Zeit werden die Ägypter sein wie Weiber und sich fürchten und erschrecken, wenn der Herr Zeber die Hand über sie schwingen wird. Und die Ägypter werden sich fürchten vor dem Lande Judah. Wenn sie daran denken, werden sie erschrecken, wegen des Rates des Herrn Zeberot, den er über sie beschlossen hat. Zu der Zeit werden fünf Städte in Ägyptenland die Sprache Kanaans sprechen und bei dem Herrn Zeberot schwören. Eine wird heißen ihr Heeres. Zu der Zeit wird für den Herrn ein Altar mitten in Ägyptenland sein und ein Steinmal für den Herrn an seiner Grenze. Es wird ein Zeichen und Zeugnis sein für den Herrn Zeberot in Ägyptenland. Wenn sie zum Herrn schreien vor den Bedrängern, so wird er ihnen einen Retter senden. Der wird ihre Sache führen und sie erretten. Denn der Herr wird den Ägyptern bekannt werden und die Ägypter werden den Herrn erkennen zu der Zeit und werden ihm dienen mit Schlachtopfern und Speisopfern und werden dem Herrn Gelübde tun und sie halten. Und der Herr wird die Ägypter schlagen und heilen und sie werden sich bekehren zum Herrn und er wird sich erbitten lassen und sie heilen. Zu der Zeit wird eine Straße sein von Ägypten nach Assyrien. Dass die Assyrer nach Ägypten und die Ägypter nach Assyrien kommen und die Ägypter samt den Assyrern Gott dienen. Zu der Zeit wird Israel der Dritte sein mit den Ägyptern und Assyrern ein Segen mitten auf Erden. Denn der Herr Zebaot wird sie segnen und sprechen Gesegnet bist du Ägypten mein Volk und du Assur meiner Hände Werk und du Israel mein Erbe. Kapitel Zwanzig Im Jahr da der Tartan nach Astot kam als ihn gesandt hatte Sargon der König von Assyrien und er gegen Astot kämpfte und es eroberte zu der Zeit redete der Herr durch Jesaja den Sohn des Amots und sprach geh hin und tu den Herren Schurz von deinen Länden und zieh die Schuhe von deinen Füßen und er tat so und ging nackt und barfuß da sprach der Herr gleich wie mein Knecht Jesaja nackt und barfuß geht drei Jahre lang als Zeichen und Weissagung über Ägypten und Kusch so wird der König von Assyrien wegtreiben die Gefangenen Ägyptens und die Verbanden von Kusch jung und alt nackt und barfuß in schmählicher Blöße zur Schande Ägyptens und sie werden erschrecken in Judah und zu Schanden werden wegen der Kuschiter auf die sie sich verließen und wegen der Ägypter deren sie sich rühmten und die Bewohner dieser Küste werden sagen zu der Zeit ist das unsere Zuversicht zu der wir um Hilfe geflohen sind dass wir errettet würden vor dem König von Assyrien wie könnten wir selber entrinnen Kapitel 21 Dies ist die Last für die Wüste Wie ein Wetter vom Süden her fährt so kommt's aus der Wüste aus einem schrecklichen Lande Mir ist eine harte Offenbarung angezeigt Der Räuber raubt und der Verwüster verwüstet Elam zieh herauf Medien belagere Ich will allem Seufzen ein Ende machen Darum sind meine Lenden voll Schmerzen und Angst hat mich ergriffen wie eine Gebärende Ich krümme mich wenn ich's höre und erschrecke wenn ich sehe Mein Herz zittert Grauen hat mich erschreckt Auch am Abend der mir so lieb ist habe ich keine Ruhe Deckt den Tisch Breitet den Teppich aus Esst und trinkt Macht euch auf ihr Fürsten Salbt den Schild Denn so hat der Herr zu mir gesagt Geh hin Stelle den Wächter auf Was er schaut soll er ansagen Und sieht er einen Zug von Wagen mit Rossen einen Zug von Eseln und Kamelen So soll er darauf Acht geben mit allem Eifer Da rief der Speer Herr ich stehe auf der Warte bei Tage immer da und stelle mich auf meine Wacht jede Nacht und siehe da kommen Männer ein Zug von Wagen mit Rossen die heben an und sprechen der Fallen ist Babel es ist gefallen und alle Bilder seiner Götter sind zu Boden geschlagen Mein zerdroschenes und zertretenes Volk was ich gehört habe vom Herrn Zebaoth dem Gott Israels das verkündige ich euch dies ist die Last für Duma man ruft zu mir aus seh ihr Wächter ist die Nacht bald hin Wächter ist die Nacht bald hin der Wächter aber sprach wenn auch der Morgen kommt so wird es doch Nacht bleiben wenn ihr fragen wollt so kommt wieder und fragt dies ist die Last für Arabien ihr müsst im Gestrupp in der Steppe über Nacht bleiben ihr Karawanen der Dedaniter bringet den durstigen Wasser entgegen die ihr wohnt im Lande Thema bietet Brot den Flüchtigen denn sie fliehen vor dem Schwert ja vor dem bloßen Schwert vor dem gespannten Bogen vor der Gewalt des Kampfes denn so hat der Herr zu mir gesprochen noch ein Jahr wie des Tagelöhners Jahre sind dann soll alle Herrlichkeit Kedas untergehen und von den Bogenschützen Kedas sollen nur wenige übrig bleiben denn denn der Herr der Gott Israels hat's gesagt Kapitel 22 Dies ist die Last für das Schautal Was habt ihr denn daß ihr alle auf die Dächer steigt du Stadt voller Lärmen und Toben du fröhliche Burg Deine Erschlagenen sind nicht mit dem Schwert erschlagen und nicht in Kampf gefallen Alle Deine Hauptleute sind gewichen in die Ferne geflohen Alle die man von dir gefunden hat wurden gefangen ohne Bogen gefangen Darum sage ich schaut weg von mir lasst mich bitterlich weinen müht euch nicht mich zu trösten über die Zerstörung der Tochter meines Volks Denn es kommt ein Tag des Getümmels und des Zertretens und der Verwirrung von Gott dem Herrn Zebaoth im Schautal es kracht die Mauer sie schreien am Berge Elam fährt daher mit Köchern Wagen Leuten und Rossen und Kier lässt seine Schilde glänzen und es wird geschehen dass deine auserlesenen Täler werden voll von Wagen und Rossen sein die stellen sich auf gegen das Tor da wird der Schutz Judas weggenommen werden aber ihr schaue zu der Zeit auf die Rüstungen im Waldhaus und ihr saht daß viele Risse in der Stadt Davids waren und sammelte das Wasser des unteren Teiches ihr zähltet auch die Häuser Jerusalems und brachet sie ab um die Mauer zu befestigen und machtet ein Becken zwischen beiden Mauern für das Wasser des alten Teiches doch ihr sah nicht auf den der solches tut und schautet nicht auf den der solches schafft von ferne her zu der Zeit rief Gott der Sebaoth daß man weine und klage und sich das Haar abschere und den Sack anlege aber siehe da lauter Freude und Wonne Rinder töten Schafe schlachten Fleisch essen Wein trinken lasst uns essen und trinken wir sterben doch morgen aber meinen Ohren ist vom Herrn Zebaoth offenbart wahrlich diese Missetat soll euch nicht vergeben werden bis ihr sterbt spricht Gott der Herr Zebaoth so spricht Gott der Herr Zebaoth geh hinein zu dem Verwalter da zu Schebna dem Hofmeister und sprich zu ihm was hast du hier und wen hast du hier daß du dir hier ein Grab aushauen lässt daß du dein Grab in der Höhe aushauen und deine Wohnung in den Felsen machen lässt siehe der Herr wird dich wegwerfen wie ein Starker einen wegwirft und wird dich packen und dich zum knäuel machen und dich wegschleudern wie eine Kugel in ein weites Land dort wirst du sterben dort werden deine kostbaren Wagen bleiben du Schmach für das Haus deines Herrn und ich will dich aus deiner Stellung stürzen und dich aus deinem Amt stoßen und zu der Zeit will ich rufen meinen Knecht Eliakim den Sohn Hilkias und will ihm dein Amtskleid anziehen und ihn mit deinem Gürtelgürten und deine Herrschaft in seine Hand geben dass er Vater sei für die die in Jerusalem wohnen und für das Haus Judah und ich will die Schlüssel des Hauses Davids auf seine Schulter legen dass er auftue und niemand zuschließe dass er zuschließe und niemand auftue und ich will ihn als Nagel einschlagen an einen festen Ort und er soll werden zum Thron der Ehre für seines Vaters Haus aber wenn sich an ihn hängt die ganze Schwere seines Vater Hauses Kind und Kindeskinder alle kleinen Geräte Trinkgefäße und allerlei Krüge dann spricht der Herr Zebaot soll der Nagel nachgeben der am festen Ort steckt er soll abbrechen und fallen so dass alles was daran hing zerbricht denn der Herr sagt es Kapitel 23 Dies ist die Last für Tyrus Heulet ihr Tarsis Schiffe denn Tyrus ist zerstört daß kein Haus mehr da ist wenn sie heimkehren aus dem Lande Kittim werden sie dessen gewahr werden die Bewohner der Küste sind still geworden die Kaufleute von Sidon ihre Boten zogen übers Meer und was von Früchten am Skihor und von Getreide am Nil wuchs brachte man nach Sidon hin über große Wasser und du warst der Völkermarkt geworden erschrick Sidon denn das Meer ja die Feste am Meer spricht ich werde nicht mehr Mutter ich gebäre nicht mehr darum ziehe ich keine Jünglinge auf und erziehe keine Jungfrauen sobald es die Ägypter hören erschrecken sie über die Kunde von Tyrus fahret hin nach Tarsis heulet ihr Bewohner der Küste ist das eure fröhliche Stadt die sich ihres Alters rühmte ihre Füße führten sie weit weg in der Ferne zu weilen wer hat solches beschlossen daß es Tyrus der Krone so gehen sollte wo doch ihre Kaufleute Fürsten waren und ihre Händler die Herrlichsten auf Erden der Herr Zeber hat so beschlossen auf das er erniedrigte die Pracht und verächtlich machte die stolze Stadt alle Herrlichsten auf Erden bebaue dein Land du Tochter Tarsis denn es gibt keinen Hafen mehr Der Herr hat seine Hand ausgereckt über das Meer und erschreckt die Königreiche er hat Befehl gegeben über Phönizien daß seine Bollwerke zerstört werden und er hat gesagt du sollst nicht mehr fröhlich sein du geschändete Jungfrau du Tochter Sidon nach Kittim mach dich auf und zieh fort doch wirst du auch da keine Ruhe haben siehe die Chaldea dies Volk hat's getan nicht Assur haben die Stadt zur Wüste gemacht sie haben Belagerungstürme aufgerichtet ihre Paläste niedergerissen und die Stadt geschleift heulet ihr Tarsis Schiffe denn euer Bollwerk ist zerstört zu der Zeit wird Tyros vergessen werden siebzig Jahre solange etwa ein König lebt aber nach siebzig Jahren wird es mit Tyros gehen wie es im Hurenlied heißt nimm die Harfe geh in der Stadt umher du vergessene Hure mach's gut auf dem Seitenspiel und singe viel Lieder auf das dein wieder gedacht werde denn nach siebzig Jahren wird der Herr die Stadt Tyros heimsuchen daß sie wieder zu ihrem Hurenlohn komme und Hurerei treibe mit allen Königreichen auf Erden aber ihr Gewinn und Hurenlohn wird dem Herrn geweiht werden man wird ihn nicht wie Schätze sammeln und aufhäufen sondern ihr Erwerb wird denen zufallen die vor dem Herrn wohnen daß sie essen und satt werden und wohl bekleidet seien Kapitel vierundzwanzig siehe der Herr macht die Erde leer und wüst und wirft um was auf ihr ist und zerstreut ihre Bewohner und es geht dem Priester wie dem Volk dem Herrn wie dem Knecht der Frau wie der Markt dem Verkäufer wie dem Käufer dem Verleiher wie dem Borger dem Gläubiger wie dem Schuldner die Erde wird leer und beraubt sein denn der Herr hat solches geredet das Land verdorrt und verwelkt der Erdkreis verschmachtet und verwelkt die höchsten des Volkes auf Erden verschmachten die Erde ist entweit von ihren Bewohnern denn sie übertreten das Gesetz und ändern die Gebote und brechen den ewigen Bund darum frisst der Fluch die Erde und büßen müssen die darauf wohnen darum nehmen die Bewohner der Erde ab so dass wenig Leute übrig bleiben der Wein ist dahin der Weinstock verschmachtet und alle die von Herzen fröhlich waren seufzen die Freude der Pauken ist vorüber das Jauchzen der fröhlichen ist aus und die Freude der Harfe hat ein Ende man singt nicht beim Weintrinken und das Getränk ist bitter denen die es trinken die Stadt ist zerstört und wüst alle Häuser sind verschlossen dass niemand hineingehen kann man klagt um den Wein auf den Gassen dass alle Freude weg ist alle Wonne des Landes dahin ist nur Verwüstung ist in der Stadt geblieben und die Tore sind in Trümmer geschlagen denn so geht es zu auf Erden und unter den Völkern wie wenn ein Ölbaum leer geschlagen wird wie bei der Nachlese wenn die Weinernte aus ist sie erheben ihre Stimme und rühmen und jauchzen vom Meer her über die Herrlichkeit des Herrn so preiset nun den Herrn an den Gestaden auf den Inseln des Meeres den Namen des Herrn des Gottes Israels wir hören Lobgesänge vom Ende der Erde Herrlichkeit dem Gerechten aber ich muss sagen wie bin ich so elend wie bin ich so elend weh mir denn es rauben die Räuber ja immerfort rauben die Räuber über euch Bewohner der Erde kommt Schrecken und Grube und Netz und wer entflieht vor dem Geschrei des Schreckens der fällt in die Grube und wer entkommt aus der Grube der wird im Netz gefangen denn die Fenster in der Höhe sind aufgetan und die Grundfesten der Erde beben es wird die Erde mit Krachen zerbrechen zerbersten und zerfallen die Erde wird taumeln wie ein Trunkener und wird hin und her geworfen wie eine schwankende Hütte denn ihre Missetat drückt sie dass sie fallen muss und nicht wieder aufstehen kann zu der Zeit wird der Herr das Heer der Höhe heimsuchen in der Höhe und die Könige der Erde auf der Erde da sie gesammelt werden als Gefangene im Gefängnis und verschlossen werden im Kerker und nach langer Zeit heimgesucht werden und der Mond wird schamrot werden und die Sonne sich schämen wenn der Herr Zeber Ott König sein wird auf dem Berg Zion und zu Jerusalem und vor seinen Ältesten in Herrlichkeit Kapitel 25 Herr du bist mein Gott dich preise ich ich lobe deinen Namen denn du hast Wunder getan deine Ratschlüsse von Alters her sind treu und wahrhaftig denn du hast die Stadt zum Steinhaufen gemacht die feste Stadt dass sie in Trümmern liegt die Paläste der Fremden dass sie nicht mehr eine Stadt seien und nie wieder aufgebaut werden darum ehrt dich ein mächtiges Volk die Städte gewalttätiger Völker fürchten dich denn du bist der geringen Schutz gewesen der armen Schutz in der Trübsal eine Zuflucht vor dem Ungewitter ein Schatten vor der Hitze wenn die Tyrannen wüten wie ein Unwetter im Winter wie die Hitze in der Zeit der Dürre du demütigst der fremden Ungestüm wie du die Hitze brichst durch den Schatten der Wolken du dämpfest der Tyrannen Sieges Gesang und der Herz Sebaoth wird auf diesem Berge allen Völkern ein fettes Mahl machen ein Mahl von reinem Wein von Fett von Mark von Wein darin keine Hefe ist und er wird auf diesem Berge die Hülle wegnehmen mit der alle Völker verhüllt sind und die Decke mit der alle Heiden zugedeckt sind er wird den Tod verschlingen auf ewig und Gott der Herr wird die Tränen von allen Angesichtern abwischen und wird aufheben die Schmach seines Volkes in allen Landen denn der Herr hat gesagt zu der Zeit wird man sagen siehe das ist unser Gott auf den wir hofften dass er uns helfe das ist der Herr auf den wir hofften lasst uns jubeln und fröhlich sein über sein Heil denn die Hand des Herrn ruht auf diesem Berge Moab aber wird zertreten werden wie Stroh in die Mistlache getreten wird und wenn es auch seine Hände darin ausbreitet wie sie ein Schwimmer ausbreitet um zu schwimmen so wird doch der Herr seinen Hochmut niederdrücken trotz allen mühens seiner Arme und deine hohen steilen Mauern wird er beugen erniedrigen und in den Staub zu Boden werfen Kapitel 26 zu der Zeit wird man dies Lied singen im Lande Judah Wir haben eine feste Stadt zum Schutze schafft er Mauern und Wehr Tut auf die Tore das hineingehe das gerechte Volk das den Glauben bewahrt Wer festen Herzens ist dem bewahrst du Frieden denn er verlässt sich auf dich darum verlasst euch auf den Herrn immer da denn Gott der Herr ist ein Fels ewiglich er erniedrigt die in der Höhe wohnen die hohe Stadt wirft er nieder ja er stößt sie zur Erde das sie im Staube liegt mit Füßen wird sie zertreten ja mit den Füßen der Armen mit den Tritten der Geringen des gerechten Weg ist eben den Steig des Gerechten machst du gerade wir warten auf dich Herr auch auf dem Wege deiner Gerichte des Herzens Begehren steht nach deinem Namen und deinem Lobpreis von Herzen verlangt mich nach dir des Nachts ja mit meinem Geist suche ich dich am Morgen denn wenn deine Gerichte über die Erde gehen so lernen die Bewohner des Erdkreises Gerechtigkeit Aber wenn dem gottlosen Gnade widerfährt so lernt er doch nicht Gerechtigkeit sondern tut nur Übel im Lande wo das Recht gilt und sieht des Herrn Herrlichkeit nicht Herr deine Hand ist erhoben doch sie sehen es nicht aber sie sollen sehen den Eifer um dein Volk und zu Schanden werden mit dem Feuer mit dem du deine Feinde verzehrst wirst du sie verzehren aber uns Herr wirst du Frieden schaffen denn auch alles was wir ausrichten das hast du für uns getan Herr unser Gott es herrschen wohl andere Herren über uns als du aber wir gedenken doch allein deiner und deines Namens tote werden nicht lebendig Schatten stehen nicht auf darum hast du sie heimgesucht und vertilgt und jedes Gedenken an sie zunichte gemacht du Herr meeres das Volk du meeres das Volk beweise deine Herrlichkeit und machst weit alle Grenzen des Landes Herr wenn Trübsal da ist so suchen wir dich wenn du uns züchtigst sind wir in Angst und Bedrängnis gleich wie eine Schwangere wenn sie bald gebären soll sich ängstigt und schreit in ihren Schmerzen so geht's uns auch Herr vor deinem Angesicht wir sind auch schwanger und uns ist bange und wenn wir gebären so ist Wind wir können dem Lande nicht helfen und Bewohner des Erdkreises können nicht geboren werden aber deine Toten werden leben deine Leichname werden auferstehen wachet auf und rühmet die ihr liegt unter der Erde denn ein Tau der Lichter ist dein Tau und die Erde wird die Toten herausgeben geh hin mein Volk in deine Kammer und schließ die Tür hinter dir zu verbirg dich einen kleinen Augenblick bis der Zorn vorüber gehe denn siehe der Herr wird ausgehen von seinem Ort heimzusuchen die Bosheit der Bewohner der Erde dann wird die Erde offenbar machen das Blut das auf ihr vergossen ist und nicht weiter verbergen die auf ihr getötet sind Kapitel 27 zu der Zeit wird der Herr heimsuchen mit seinem harten großen und starken Schwert den Leviathan die flüchtige Schlange und den Leviathan die gewundene Schlange und wird den Drachen im Meer töten zu der Zeit wird es heißen lieblicher Weinberg singet ihm zu ich der Herr behüte ihn und begieße ihn immer wieder damit man ihn nicht verderbe will Tag und Nacht behüten ich zürne nicht sollten aber Disteln und Dornen aufschießen so wollte ich über sie herfallen und sie alle miteinander anstecken es sei denn sie suchen Zuflucht bei mir und machen Frieden mit mir ja Frieden mit mir es wird einst dazu kommen dass Jakob Wurzeln und Israel blühen und grünen wird dass sie den Erdkreis mit Früchten erfüllen wird doch Israel nicht geschlagen wie seine Feinde geschlagen werden und nicht getötet wie seine Feinde getötet werden sondern indem du es wegschicktest und wegführtest hast du es gerichtet es verscheucht mit rauem Sturm am Tage des Ostwinds darum wird die Sünde Jakobs dadurch gesühnt werden und das wird die Frucht davon sein dass seine Sünden weggenommen werden er wird alle Altarsteine zerstoßenen Kalksteinen gleich machen und keine Bilder der Aschera noch Rauchopfer Säulen werden mehr bleiben denn die feste Stadt ist einsam geworden die schönen Häuser verödet und verlassen wie die Städte das Kälber dort weiden und ruhen und Zweige abfressen ihre Zweige werden vor Dürre brechen dass die Frauen kommen und Feuer damit machen werden denn es ist ein unverständliches Volk darum erbarmt sich ihre auch nicht der sie gemacht hat und der sie geschaffen hat ist ihnen nicht gnädig zu der Zeit wird der Herr Ehren ausklopfen vom Ufer des Stromes bis an den Bach Ägyptens und ihr Kinder Israel werdet aufgesammelt werden einer nach dem anderen zu der Zeit wird man mit einer großen Posaune blasen und es werden kommen die verlorenen im Lande Assur und die verstoßenen im Lande Ägypten und werden den Herrn anbeten auf dem heiligen Berg zu Jerusalem Kapitel 28 Weh der prächtigen Krone der Trunkenen von Ephraim der welken Blume ihrer lieblichen Herrlichkeit die da prangt hoch über dem fetten Tal derer die vom Wein taumeln siehe einen starken und mächtigen hält der Herr bereit wie Hagelsturm wie verderbliches Wetter wie Wasserflut die mächtig einreißt wirft er zu Boden mit Gewalt mit Füßen wird zertreten die prächtige Krone der Trunkenen von Ephraim und die welke Blume ihrer lieblichen Herrlichkeit die da prangt hoch über dem fetten Tal wird sein wie eine Frühfeige vor dem Sommer die einer erspäht und flugs aus der Hand verschlingt zu der Zeit wird der Herr Zebaoth eine liebliche Krone sein und ein herrlicher Kranz für die übrig gebliebenen seines Volkes und ein Geist des Rechts für den der zu Gericht sitzt und eine Kraft denen die den Kampf zurücktreiben zum Tor Aber auch diese sind vom Wein toll geworden und taumeln von starkem Getränk Priester und Propheten sind toll von starkem Getränk sind vom Wein verwirrt sie sie taumeln von starkem Getränk sie sind toll beim Weissagen und wanken beim Rechtsprechen denn alle Tische sind voll gespeih und unflat an allen Orten wen sagen sie will der denn Erkenntnis lehren wem will er offenbarung zu verstehen geben denen die entwöhnt sind von der Milch denen die von der Brust abgesetzt sind Zavla Zav 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 Kav 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 hier ein wenig da ein wenig jawohl Gott wird einmal mit unverständlicher Sprache und mit einer fremden Zunge reden zu diesem Volk er der zu ihnen gesagt hat das ist die Ruhe schaffet Ruhe den Müden und das ist die Erquickung aber sie wollten nicht hören darum soll so auch das Herrn Wort an sie ergehen Zav 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 Kav 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 hier ein wenig da ein wenig dass sie hingehen und rücklings fallen zerbrochen verstrickt und gefangen werden so höret nun das Herrn Wort ihr Spötter die ihr herrschet über dies Volk das in Jerusalem ist ihr sprecht wir haben mit dem Tod einen Bund geschlossen und mit dem Toten Reich einen Vertrag gemacht wenn die brausende Flut daherfährt wird sie uns nicht treffen denn denn wir haben Lüge zu unserer Zuflucht und Trug zu unserem Schutz gemacht darum spricht Gott der Herr siehe ich lege in Zion einen Grundstein einen bewährten Stein einen kostbaren Eckstein der fest gegründet ist wer glaubt der flieht nicht und ich will das Recht zur Richtschnur und die Gerechtigkeit zur Waage machen so wird Hagel die falsche Zuflucht zerschlagen und Wasser sollen den Schutz wegschwemmen dass hinfalle euer Bund mit dem Tode und euer Vertrag mit dem Totenreich nicht bestehen bleibe wenn die Flut daherfährt wird sie euch zermalmen so oft sie daherfährt wird sie euch erfassen denn morgen für morgen wird sie kommen des tags und des nachts da wird man nur mit entsetzen offenbarung deuten denn das Bett ist zu kurz um sich auszustrecken und die Decke zu schmal um sich dreim zu schmiegen denn der Herr wird sich aufmachen wie am Berge Perazim und toben wie im Tal Gibeon dass er sein Werk vollbringe aber fremd ist sein Werk und dass er seine Tat tue aber seltsam ist seine Tat So laßt nun euer Spotten auf das eure Bande nicht fester werden denn ich habe von einem Verderben gehört das von Gott dem Herrn Zebaot beschlossen ist über alle Welt sein sein Gott und lehrte ihn wie es recht sei auch drischt man den Dill nicht mit Dresch Schlitten und lässt auch nicht die Walze über den Kümmel gehen sondern den Dill schlägt man aus mit einem Stabe und den Kümmel mit einem Stecken zermalmt man etwa das Getreide nein man drischt es nicht ganz und gar wenn man mit Dresch walzen und ihrem Gespann ausdrischt auch das kommt her vom Herrn Sebaoth sein Rat ist wunderbar und er führt es herrlich hinaus Kapitel neun und zwanzig weh Ariel Ariel du Stadt wo David lagerte füget Jahr zu Jahr und feiert die Feste ich will den Ariel ängstigen dass er traurig und voll Jammer sei und er soll mir ein rechter Ariel sein denn ich will dich belagern rings umher und will dich ängstigen mit Bollwerk und will Welle um dich aufführen lassen dann sollst du erniedrigt werden und von der Erde her reden und aus dem Staube mit deiner Rede murmeln dass deine Stimme sei wie die eines Totengeistes aus der Erde und deine Rede wispert aus dem Staube aber die Menge deiner Feinde soll werden wie Staub und die Menge der Tyrannen wie wehende Spreu und plötzlich wird's geschehen dass Heimsuchung kommt vom Herrn Zeberot mit Wetter und Erdbeben und großem Donner mit Wirbelsturm und Ungewitter und mit Flammen eines verzehrenden Feuers Und wie ein Traum wie ein Nachtgesicht so soll die Menge aller Völker sein die gegen Ariel kämpfen mit ihrem ganzen Heer und Bollwerk und die ihn ängstigen Denn wie ein Hungriger träumt dass er esse wenn er aber aufwacht so ist sein Verlangen nicht gestillt und wie ein Durstiger träumt dass er trinke wenn er aber aufwacht ist er matt und durstig so soll es der Menge aller Völker ergehen die gegen den Berg Zion kämpfen Starret hin und werdet bestürzt seid verblendet und werdet blind seid trunken doch nicht vom Wein taumelt doch nicht von starkem Getränk denn der Herr hat über euch einen Geist des tiefen Schlafs ausgegossen und eure Augen die Propheten zugetan und eure Häupter die Seher hat er verhüllt darum sind euch alle Offenbarungen wie die Worte eines versiegelten Buches dass man einem gibt der lesen kann und spricht lies doch das und er spricht ich kann nicht denn es ist versiegelt oder dass man einem gibt der nicht lesen kann und spricht lies doch das und er spricht ich ich kann nicht lesen und der herr sprach weil dies volk mir naht mit seinem munde und mit seinen lippen mich ehrt aber ihr herz fern von mir ist und sie mich fürchten nur nach menschen geboten die man sie lehrt darum will ich auch hinfort mit diesem volk wunderlich umgehen aufs wunderlichste und seltsamste dass die weisheit seiner weisen vergehe und der verstand seiner klugen sich verbergen müsse weh denen die mit ihrem plan verborgen sein wollen vor dem herrn und mit ihrem tun im finstern bleiben und sprechen wer sieht uns und wer kennt uns wie kehrt ihr alles um als ob der ton dem töpfer gleich wäre dass das werk spreche von seinem meister er hat mich nicht gemacht und ein bildwerk spreche von seinem bildner er versteht nichts wohl an es ist noch eine kleine weile so soll der libanon fruchtbares land werden und was jetzt fruchtbares land ist soll wie ein wald werden zu der zeit werden die tauben hören die worte des buches und die augen der blinden werden aus dunkel und finsternis sehen und die elenden werden wieder freude haben am herrn und die ärmsten unter den menschen werden fröhlich sein in dem heiligen israels denn denn wird ein ende haben mit den tyrannen und mit den spöttern aus sein und es werden vertilgt werden alle die darauf aus sind unheil anzurichten welche die leute schuldig sprechen vor gericht und stellen dem nach der sie zurecht weist im tor und beugen durch lügen das recht des unschuldigen darum spricht der herr der abraham erlöst hat zum hause jakob jakob soll nicht mehr beschämt dastehen und sein antlitz soll nicht mehr erblassen denn wenn sie serke meiner hände seine kinder in ihrer mitte werden sie meinen namen heiligen sie werden den heiligen jakobs heiligen und den gott israels fürchten und die welche irren in ihrem geist werden verstand annehmen und die welche murren werden sich belehren lassen kapitel 30 weh den abtrünnigen söhnen spricht der herr die ohne mich pläne fassen und ohne meinen geist bündnisse eingehen um eine sünde auf die andere zu häufen die hinab ziehen nach ägypten und befragen meinen mund nicht um sich zu stärken mit der macht des pharao und sich zu bergen im schatten ägyptens aber es soll euch die stärke des pharao zur schande geraten und der schutz im schatten ägyptens zum hohen denn ihre fürsten sind zwar in zoan und ihre boten sind nach chanes gekommen aber sie müssen doch alle zu schanden werden an dem volk das ihnen nichts nützen kann weder zur hilfe noch sonst zu nutz sondern nur zu schande und spott dies ist die last für die tiere des südlandes im lande der trübsal und angst wo löwe und löwin wo ottern und feurige fliegende drachen sind da führen sie ihre habe auf dem rücken von eseln und ihre schätze auf dem höcker von kamelen zu dem volk das ihnen nichts nützen kann denn ägypten ist nichts und sein helfen ist vergeblich darum nenne ich ägypten rahab die zum schweigen gebracht ist so geh nun hin und schreib es vor ihnen nieder auf eine tafel und zeichne es in ein Buch das es bleibe für immer und ewig denn sie sind ein ungehorsames volk und verlogene Söhne die nicht hören wollen die weisung des herrn sondern sagen zu den sehern ihr sollt nicht sehen und zu den schauern was wahr ist sollt ihr uns nicht schauen redet zu uns was angenehm ist schaut was das herz begehrt weicht ab vom wege geht aus der rechten bahn lasst 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 doch in ruhe mit dem heiligen israels darum spricht der heilige israels weil ihr dies wort verwerft und verlasst euch auf frevel und mut willen und trotz darauf so soll euch diese sünde sein wie ein riss wenn es beginnt zu rieseln an einer hohen mauer die plötzlich unversehens einstürzt wie wenn ein topf zerschmettert wird den man zerstößt ohne erbarmen so dass man von seinen stücken nicht eine scherbe findet darin man feuer hole vom herde oder wasserschöpfe aus dem brunnen denn so spricht gott der herr der heilige israels wenn ihr umkehrt und stille bliebet so würde euch geholfen durch stille sein und hoffen würdet ihr stark sein aber ihr wollt nicht und sprecht nein sondern auf rossen wollen wir dahin fliegen darum werdet ihr dahin fliegen und auf rennern wollen wir reiten darum werden euch eure verfolger überrennen denn euer tausend werden fliehen vor eines einzigen drohen ja vor fünfen werdet ihr alle fliehen bis ihr übrig bleibt wie ein mast oben auf einem berge und wie ein banner auf einem hügel darum hart der herr darauf dass er euch gnädig sei und er macht sich auf dass er sich euer erbarme denn der herr ist ein gott des rechts wohl allen die auf ihn harren du volk zions das in jerusalem wohnt du wirst nicht weinen er wird dir gnädig sein wenn du rufst er wird dir antworten sobald er es hört und der herr wird euch in trübsal brot und in engsten wasser geben und dein lehrer wird sich nicht mehr verbergen müssen sondern deine augen werden deinen lehrer sehen deine ohren werden hinter dir das wort hören dies ist der weg den geht sonst weder zur rechten noch zur linken und ihr werdet eure übersilberten götzen und die goldenen hüllen eurer bilder und werdet sie wegwerfen wie unrat und zu ihnen sagen hinaus und und wird deinem Samen den du auf den Acker gesät hast regen geben und dir Brot geben vom Ertrag des Ackers in voller Genüge und dein Vieh wird zu der Zeit weiden auf weiter Aue die Rinder und Esel die auf dem Felde ackern werden gesalzenes gemengtes Futter fressen das geworfelt ist mit Schaufel und Wurf Gabel und es werden auf allen großen Bergen und auf allen hohen Hügeln Wasserbäche und Ströme fließen zur Zeit der großen Schlacht wenn die Türme fallen werden und des Mondes Schein wird sein wie der Sonneschein und der Sonneschein wird siebenmal heller sein zu der Zeit wenn der Herr den Schaden seines Volkes verbinden und seine Wunden heilen wird siehe des Herrn Name kommt von Ferne sein Zorn brennt und mächtig erhebt er sich seine Lippen sind voll Grimm und seine Zunge wie ein verzehrendes Feuer und sein Odem wie eine Wasserflut die bis an den Hals reicht zu schwingen die Völker in der Schwinge des Verderbens und er wird die Völker mit einem Zaum in ihren Backen hin und her treiben da werdet ihr singen wie in der Nacht des heiligen Festes und euch von Herzen freuen wie wenn man mit Flötenspiel geht zum Berge des Herrn zum Hort Israels und der Herr wird seine herrliche Stimme erschallen lassen und man wird sehen wie sein Arm herniederfährt mit zornigem Drohen und mit Flammen verzehrenden Feuers mit Wolkenbruch und Hagelschlag da wird Assur erschrecken vor der Stimme des Herrn der ihn schlägt mit dem Stock jedes Mal wenn ein Schlag daherfährt wird der Stock zur Zuchtrute die der Herr auf ihn niedersausen lässt und so bekämpft er ihn daß er ihn als Opfer schwingt unter Pauken und Zitterspiel denn die Feuergrube ist längst hergerichtet ja sie ist auch dem König bereitet tief und weit genug der Scheiterhaufen darin hat Feuer und Holz die Menge der Odem des Herrn wird ihn anzünden wie ein Schwefelstrom Kapitel nimmt nimmt seine Worte nicht zurück sondern wird sich aufmachen wieder das Haus der Bösen und wieder die Hilfe der Übeltäter denn Ägypten ist Mensch und nicht Gott und seine Rosse sind Fleisch und nicht Geist und der Herr wird seine Hand ausstrecken so dass der Helfer strauchelt und der dem geholfen wird fällt und alle miteinander umkommen so hat der Herr zu mir gesprochen gleich wie ein Löwe und ein junger Löwe brüllt über seinem Raub wenn man wieder ihn aufruft die Menge der Hirten er erschrickt vor ihrem Geschrei nicht und es ist ihm auch nicht Angst vor ihrer Menge so wird der Herr Zebeot herniederfahren auf den Berg Zion und auf seinen Hügel um zu kämpfen und der Herr Zebeot wird Jerusalem beschirmen wie Vögel es tun mit ihren Flügeln er wird schützen erretten schonen und befreien kehrt um ihr Kinder Israel zu dem von welchem ihr so sehr abgewichen seid denn zu der Zeit wird ein jeder seine silbernen und goldenen Götzen verwerfen die eure Hände gemacht hatten euch zur Sünde und Assur soll fallen nicht durch Mannes Schwert und soll verzehrt werden nicht durch Menschen Schwert und es wird vor dem Schwert fliehen und seine junge Mannschaft wird Frohendienste leisten müssen und sein Fels wird vor Furcht weichen und seine Fürsten werden das Banner verlassen spricht der Herr der zu Zion ein Feuer und zu Jerusalem einen Glutofen hat Kapitel 32 Siehe es wird ein König regieren Gerechtigkeit aufzurichten und Fürsten werden herrschen das Recht zu handhaben dass ein jeder von ihnen sein wird wie eine Zuflucht vor dem Wind und wie ein Schutz vor dem Platz Regen wie Wasserbecher am dürren Ort wie der Schatten eines großen Felsens im trockenen Lande und die Augen der Sehenden werden nicht mehr blind sein und die Ohren der Hörenden werden aufmerken und die Unvorsichtigen werden Klugheit lernen und die Zunge der Stammelnden wird fließend und klar reden es wird nicht mehr ein Narr Fürst heißen noch ein Betrüger Edel genannt werden denn ein Narr redet Narrheit und sein Herz geht mit Unheil um daß er Ruchloses anrichte und Rede über den Herrn lauter Trug dadurch lässt er hungrig die hungrigen Seelen und wehrt den Durstigen das Trinken und des Betrügers Waffen sind böse er sind auf Tücke um die Elenden zu verderben mit falschen Worten auch wenn der Arme sein Recht vertritt aber der Edle hat Edle Gedanken und beharrt bei Edlem wohl an ihr stolzen Frauen höret meine Stimme ihr Töchter die ihr so sicher seid nehmt zu Ohren meine Rede über Jahr und Tag da werdet ihr sicheren zittern denn es wird keine Weinlese sein auch keine Obsternte kommen erschreckt ihr stolzen Frauen zittert ihr sicheren zieht euch aus entblößt euch und umgürtet eure Lenden man wird klagen um die äcker ja um die lieblichen äcker um die fruchtbaren weinstöcke um den Acker meines volks auf dem Dornen und Hecken wachsen um alle Häuser voll Freude in der fröhlichen Stadt denn die Paläste werden verlassen sein und die Stadt die Folge Tümmel war wird einsam sein das Burg und Turm für immer zu Höhlen werden dem Wild zur Freude den Herden zur Weide so lange bis über uns ausgegossen wird der Geist aus der Höhe Dann Dann Wüste zum fruchtbaren Lande und das fruchtbare Land wie Wald geachtet werden und das Recht wird in der Wüste wohnen und Gerechtigkeit im fruchtbaren Lande und der Gerechtigkeit Frucht wird Friede sein und der Ertrag der Gerechtigkeit wird ewige Stille und Sicherheit sein dass mein Volk in friedlichen Auen wohnen wird in sicheren Wohnungen und in stolzer Ruhe aber der Wald wird niederbrechen und die Stadt wird versinken in Niedrigkeit wohl euch die ihr säen könnt an allen Wassern und könnt die Rinder und Esel frei gehen lassen Kapitel 33 Weh dir du Verwüster der du selbst nicht verwüstet bist und du Räuber der du selbst nicht beraubt bist wenn du das Verwüsten vollendet hast so wirst du auch verwüstet werden wenn du des Raubens ein Ende gemacht hast so wird man dich auch berauben Herr sei uns gnädig denn auf dich harren wir sei unser Arm alle Morgen dazu unser Heil zur Zeit der Trübsal es fliehen die Völker vor dem gewaltigen tosen und die Heiden werden zerstreut wenn du dich erhebst da wird man Beute wegraffen wie die Heuschrecken wegraffen und wie die Käfer herbeistürzen so stürzt man sich darauf der 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 höhe er hat Zion mit Recht und Gerechtigkeit erfüllt und du wirst sichere Zeiten haben Reichtum an Heil Weisheit und Klugheit die Furcht des Herrn wird Zions Schatz sein Siehe die Leute von Ariel schreien draußen die Boten des Friedens weinen bitterlich die Wege sind verödet es geht niemand mehr auf der Straße man hält nicht treu und glauben man verwirft die Zeugen und achtet der Leute nicht das Land sieht traurig und jämmerlich aus der Libanon ist zu Schanden geworden und verdorrt Saron ist wie eine Steppe und Basan und Karmel stehen kahl Nun aber will ich mich aufmachen spricht der Herr Nun will ich mich erheben Nun will ich aufstehen Mit Stroh geht ihr schwanger Stoppeln gebärt ihr Euer Zorn ist ein Feuer das euch selbst verzehren wird Und die Völker werden zu Kalk verbrannt werden Wie abgehauene Dornen werden sie im Feuer verzehrt So höret nun ihr die ihr ferne seid was ich getan habe und ihr nah seid erkennet meine Stärke In Decken zurückden zurückdenken und sagen Wo sind nun die Schreiber Wo sind die Vögte Wo sind die die Türme zählten Du wirst das freche Volk nicht mehr sehen Das Volk von dunkler Sprache die man nicht verstehen kann und von stammelnder Zunge die unverständlich bleibt Schaue auf Zion die Stadt unserer Feiern Deine Augen werden Jerusalem sehen eine sichere Wohnung ein Zelt das nicht mehr abgebrochen wird Seine Pflöcke sollen nie mehr herausgezogen und keines seiner Seile zerrissen werden Denn der Herr wird dort bei uns mächtig sein Und weite Wassergräben wird es geben auf denen kein Schiff mehr fahren kein stolze Schiff mehr dahin ziehen kann Denn der Herr ist unser Richter Der Herr ist unser Meister Der Herr ist unser König Der hilft uns Seine Taue hängen lose Sie halten den Mastbaum nicht fest und die Segel spannen sie nicht Dann wird viel Beute ausgeteilt werden und auch die Lahmen werden plündern Und kein Bewohner wird sagen Ich bin schwach Denn das Volk das darin wohnt wird Vergebung der Sünden haben Kapitel 34 Kommt herzu ihr Heiden und höret Ihr Völker merkt auf Die Erde höre zu und was sie füllt der Erdkreis und was darauf lebt Denn der Herr ist zornig über alle Heiden und ergrimmt über alle ihre Scharen Er wird an ihnen den Bann vollstrecken und sie zur Schlachtung dahin geben und ihre Erschlagenen werden hingeworfen werden daß der Gestank von ihren Leichnamen aufsteigen wird und die Berge von ihrem Blut fließen und alles Heer des Himmels wird dahin schwinden und der Himmel wird zusammengerollt werden wie eine Buchrolle und all sein Heer wird hin welken wie ein Blatt verwelkt am Weinstock und wie ein dürres Blatt am Feigenbaum Denn mein Schwert ist trunken im Himmel und siehe es wird herniederfahren auf Edom und über das Volk an dem ich den Bann vollstrecke zum Gericht Des Herrn Schwert ist voll Blut und trieft von Fett vom Blut der Lämmer und Böcke vom Nieren Fett der Widder Denn der Herr hält ein Schlachten in Botsra und ein großes Opfer im Lande Edom Da werden Wildstiere mit ihnen niedersinken und junge Stiere samt den Büffeln Und ihr Land wird trunken werden von Blut und die Erde wird triefen von Fett Denn es kommt der Tag der Rache des Herrn und das Jahr der Vergeltung um Zion zu rächen Da werden Edoms Bäche zu Pech werden und seine Erde zu Schwefel Ja sein Land wird zu brennendem Pech werden das weder Tag noch Nacht verlöschen wird sondern immer wird Rauch von ihm aufgehen und es wird verwüstet sein von Geschlecht zu Geschlecht daß niemand hindurchgehen wird auf ewige Zeiten sondern Rohrdommeln und Igel werden's in Besitz nehmen Nacht Nacht eulen und Raben werden dort wohnen und er wird die Mess schnur darüber spannen daß es verwüstet werde und das Bleilot werfen daß es öde sei und Feldgeister werden darin wohnen und seine edlen werden nicht mehr sein man wird dort keinen König mehr ausrufen und alle seine Fürsten werden ein Ende haben Dornen werden wachsen in seinen Palästen Nesseln und Disteln in seinen Schlössern und es wird eine Behausung sein der Schakale und eine Stätte für die Strauße da werden Wüstentiere und wilde Hunde einander treffen und ein Feldgeist wird dem anderen begegnen das Nachtgespenst wird auch dort herbergen und seine Ruhestadt dort finden da wird auch die Natternisten und legen ihre Eier aufhäufen und ausbrüten auch die Raubvögel werden dort zusammenkommen keines vermisst das Andere suchet nun in dem Buch des Herrn und lest keines von ihnen wird fehlen denn sein Mund gebietet es und sein Geist bringt sie zusammen er wirft ihnen das los und seine Hand teilt aus unter sie mit der Mess schnur dass sie das Land besitzen auf ewige Zeiten und darin wohnen von Geschlecht zu Geschlecht Kapitel 35 Die Wüste und Einöde wird frohlocken und die Steppe wird jubeln und wird blühen wie die Lilien sie wird blühen und jubeln in aller Lust und Freude die Herrlichkeit des Libanon ist ihr gegeben die Pracht von Karmel und Saron sie sehen die Herrlichkeit des Herrn die Pracht unseres Gottes stärket die müden Hände und macht fest die wankenden Knie saget den verzagten Herzen seid getrost fürchtet euch nicht seht da ist euer Gott er kommt zur Rache Gott der da vergilt kommt und wird euch helfen dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben geöffnet werden dann werden die Lahmen springen wie ein Hirsch und die Zunge der Stummen wird frohlocken denn es werden Wasser in der Wüste hervorbrechen und Ströme im Dürren Lande und wo es zuvor trocken gewesen ist sollen Teiche stehen und wo es Dürre gewesen ist sollen Brunnquellen sein wo zuvor die Schakale gelegen haben soll Gras und Rohr und Schilf stehen und es wird dort eine Bahn sein die der Heilige Weg heißen wird kein Unreiner darf ihn betreten nur sie werden auf ihn gehen auch die Toren dürfen nicht darauf umherirren es wird da kein Löwe sein und kein reißendes Tier darauf gehen sie sind dort nicht zu finden sondern die Erlösten werden dort gehen die Erlösten des Herrn werden wiederkommen und nach Zion kommen mit Jauchzen ewige Freude wird über ihrem Haupte sein Freude und Wonne werden sie ergreifen und Schmerz und Seufzen wird entfliehen Kapitel 36 und es begab sich im vierzehnten Jahr des Königs Hiskia da zog der König von Assyrien Sanherib herauf gegen alle festen Städte Judas und nahm sie ein und der König von Assyrien sandte den Rapschake von Lachisch nach Jerusalem zu dem König Hiskia mit großer Heeresmacht und er trat hin an die Wasserleitung des oberen Teiches an der Straße bei dem Acker des Walkers und es kamen zu ihm heraus der Hofmeister Eliakim der Sohn Hilkias und der Schreiber Schipna und der Kanzler Joach der Sohn Asafs und der Rapschake sprach zu ihnen sag doch dem Hiskia so spricht der große König der König von Assyrien was ist das für ein Vertrauen das du da hast meinst du bloße Worte seien schon Rat und Macht zum Kämpfen auf wen verlässt du dich denn dass du von mir abgefallen bist verlässt du dich auf den zerbrochenen Rohrstab Ägypten der jedem der sich darauf stützt in die Hand dringt und sie durchbohrt so tut der Pharao der König von Ägypten allen die sich auf ihn verlassen willst du mir aber sagen wir verlassen uns auf den Herrn unseren Gott ist es denn nicht derselbe dessen Höhen und Altäre Hiskia abgetan und zu Judah und Jerusalem gesagt hat nur vor diesem Altar sollt ihr anbeten wohl an nimm eine Wette an mit meinem Herrn dem König von Assyrien ich will dir 2000 Rosse geben lass sehen ob du die Reiter dazu stellen kannst wie willst du denn zurücktreiben auch nur einen der geringsten Diener meines Herrn und du verlässt dich auf Ägypten um der Wagen und Gespanne willen meinst du denn dass ich ohne den Herrn heraufgezogen bin in dies Land es zu verderben nein sondern der Herr sprach zu mir zieh hinauf in dies Land und verderb es aber Eliakim und Schebna und Joach sprachen zum Rapschake rede doch mit deinen Knechten Aramäisch denn wir verstehen es gut und reden nicht hebräisch mit uns vor den Ohren des Volkes das auf der Mauer ist da sprach der Rapschake meinst du dass mein Herr mich nur zu deinem Herrn oder zu dir gesandt habe solche Worte zu reden und nicht viel mehr zu den Männern die auf der Mauer sitzen und samt euch ihren eigenen Mist fressen und ihren Harn saufen werden und der Rapschake trat hin und rief laut auf hebräisch und sprach hört die Worte des großen Königs des Königs von Assyrien so spricht der König lasst euch von Hiskia nicht betrügen denn er kann euch nicht erretten und lasst euch von Hiskia nicht vertrösten auf den Herrn wenn er sagt der Herr wird uns erretten und diese Stadt wird nicht in die Hand des Königs von Assyrien gegeben werden hört nicht auf Hiskia denn so spricht der König von Assyrien schließt Freundschaft mit mir und kommt zu mir heraus so soll ein jeder von euch von seinem Weinstock und von seinem Feigenbaum essen und aus seinem Brunnen trinken bis ich komme und hole euch in ein Land das wie euer Land ist ein Land darin Korn und Wein ist ein Land darin Brot und Weinberge sind lasst euch von Hiskia nicht bereden wenn er sagt der Herr wird uns erretten haben etwa die Götter der anderen Völker ihr Land errettet aus der Hand des Königs von Assyrien wo sind die Götter von Hamad und Arpad wo sind die Götter von Sefa Wajim und wo sind die Götter des Landes Samarien haben sie Samaria errettet aus meiner Hand welcher Da kamen der Hofmeister Eljakim der Sohn Hilkias und der Schreiber Schipna und der Kanzler Joach der Sohn Asafs mit zerrissenen Kleidern zu Hiskia und sagten ihm die Worte des Rabshaki an Kapitel 37 Als aber der König Hiskia das hörte zerriss er seine Kleider und legte einen Sack an und ging in das Haus des Herrn und er sandte den Hofmeister Eljakim und den Schreiber Schipna samt den Ältesten der Priester mit dem Sack angetan zu dem Propheten Jesaja dem Sohn des Amots und sie sprachen zu ihm so spricht Hiskia das ist ein Tag der Trübsal der Züchtigung und der Schmach wie wenn Kinder eben geboren werden sollen aber die Kraft fehlt sie zu gebären vielleicht hört der Herr dein Gott die Worte des Rabshake den sein Herr der König von Assyrien gesandt hat den lebendigen Gott zu lästern und straft die Worte die der Herr dein Gott gehört hat so tu Fürbitte für die übrig gebliebenen die noch vorhanden sind und die großen des Königs Hiskia kamen zu Jesaja Jesaja aber sprach zu ihnen so sollt ihr eurem Herrn sagen so spricht der Herr fürchte dich nicht vor den Worten die du gehört hast mit denen mich die Knechte des Königs von Assyrien geschmäht haben siehe ich will ihn andern Sinnes machen denn er soll ein Gerücht hören so dass er wieder heimzieht in sein Land dann will ich ihn durch Schwert fällen in seinem Lande als aber der Rabshaki zurückkam fand er den König von Assyrien im Kampf gegen Libna denn er hatte gehört dass er von Lachisch abgezogen war er hatte nämlich gehört über Tirhaka den König von Kusch er ist ausgezogen gegen dich zu kämpfen als er das hörte sandte er Boten zu Iskia und ließ ihm sagen sagt Iskia dem König von Judah lass dich durch deinen Gott nicht betrügen auf den du dich verlässt und sprichst Jerusalem wird nicht in die Hand des Königs von Assyrien gegeben werden siehe du hast gehört was die Könige von Assyrien allen Ländern getan haben da sie den Bann an ihnen vollstreckten und du allein solltest errettet werden haben denn die Götter der Völker in das Haus des Herrn und breitete ihn aus vor dem Herrn und Iskia betete zum Herrn und sprach Herr Zebaoth du Gott Israels der du über den Cherubim thronst du bist allein Gott über alle Königreiche auf Erden du hast Himmel und Erde gemacht Herr neige deine Ohren und höre doch Herr tue deine Augen auf und sieh doch höre doch alle die Worte Sanheribs die er gesandt hat um den lebendigen Gott zu schmähen wahr ist's Herr die Könige von Assyrien haben alle Länder verwüstet und haben ihre Götter ins Feuer geworfen denn sie waren nicht Götter sondern Werk von Menschenhänden Holz und Stein die haben sie vertilgt Nun aber Herr unser Gott errette uns aus seiner Hand damit alle Königreiche auf Erden erfahren dass du Herr allein Gott bist Da sandte Jesaja der Sohn des Armots zu Hiskia und ließ ihm sagen So spricht der Herr der Gott Israels Was du von mir erbeten hast wegen des König Sanherib von Assyrien habe ich gehört dies ist was der Herr über ihn spricht die Jungfrau die Tochter Zion verachtet dich und spottet deiner und die Tochter Jerusalem schüttelt das Haupt hinter dir her Wen hast du geschmäht und gelästert über wen hast du die Stimme erhoben du hobst deine Augen empor wieder den heiligen Israels durch deine Knechte hast du den Herrn geschmäht und gesagt ich bin mit der Menge meiner Wagen heraufgezogen auf die Höhe der Berge in den innersten Libanon und habe seine hohen Federn abgehauen samt seinen auserwählten Zypressen und bin bis zu seiner äußersten Höhe gekommen in seinen dichtesten Wald Ich habe Ich habe gegraben und getrunken fremde Wasser und habe mit meinen Fußsohlen ausgetrocknet alle Flüsse Ägyptens Hast du nicht gehört dass ich es lange zuvor bereitet und von Anfang an geplant habe Jetzt aber habe ich's kommen lassen dass du feste Städte zerstören solltest zu Steinhaufen und ihre Einwohner sollten ohne Kraft werden und sich fürchten und zu Schanden werden und wie Feldgras werden und wie grünes Kraut wie Gras auf den Dächern das verdorrt ehe es reif wird Ich weiß von deinem Aufstehen und Sitzen von deinem Ausziehen und Einziehen und dass du tobst gegen mich Weil du nun gegen mich tobst und dein stolz vor meine Ohren gekommen ist will ich dir meinen Ring in die Nase legen und meinen Zaum in dein Maul und will dich den Weg wieder heim führen den du gekommen bist Und das sei dir Hiskia ein Zeichen In diesem Jahr ist was von selber nach wächst im nächsten Jahr was auch dann noch wächst Im dritten Jahr sät und erntet pflanzt Weinberge und esst ihre Früchte denn die erretteten vom hause juda und was übrig geblieben ist werden von neuem nach unten wurzeln schlagen und oben frucht tragen denn von jerusalem werden ausgehen die übrig geblieben sind und die erretteten vom berge zieren solches wird tun der eifer des herrn zeber gott darum spricht der herr über den könig von assyrien er soll nicht in diese stadt kommen und soll auch keinen pfeil hineinschießen und mit keinem schild davor kommen und soll keinen wall gegen sie aufschütten sondern auf dem wege den er gekommen ist er wieder heimkehren daß er in diese stadt nicht komme spricht der herr denn ich will diese stadt schützen daß ich sie errette um meinet willen und um meines knechtes david willen da fuhr aus der engel des herrn und schlug im assyrischen lager hundert fünf und achtzig tausend man und als man sich früh am morgen aufmachte siehe da lag alles voller leichen und der könig von assyrien sanherib brach auf zog weg und kehrte wieder heim und blieb zu ninifeh es begab sich aber als er anbetete im hause nisrochs seines gottes erschlugen ihm seine söhne adram mellich und sarezer mit dem schwert und sie flohen ins land ararat und sein sohn asahaddon wurde könig an seiner stadt kapitel acht und dreißig zu der zeit wurde hiskiah tod krank und der prophet jesaja der sohn des armors kam zu ihm und sprach zu ihm so spricht der herr bestelle dein haus denn du wirst sterben und nicht am leben bleiben da 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 wandte hiskiah sein angesicht zur wand und betete zum herrn und sprach gedenke doch herr wie ich vor dir in treue und ungeteilten herzens gewandelt bin und habe getan was dir gefallen hat und hiskiah weinte sehr da geschah das wort des herrn zu jesaja geh hin und sage hiskiah so spricht der herr der gott deines vaters david ich habe dein gebet gehört und deine tränen gesehen siehe ich will deinen tagen noch fünfzehn jahre zulegen und will dich samt dieser stadt erretten aus der hand des königs von assyrien und will diese stadt beschirm und dies sei dir das zeichen von dem herrn dass der herr tun wird was er zugesagt hat siehe ich will den schatten an der sonnen uhr des ahas zehn striche zurück ziehen über die er gelaufen ist und die sonne lief zehn striche zurück an der sonnen uhr über die sie gelaufen war dies ist das lied hiskiahs des königs von juda als er krank gewesen und von seiner krankheit gesund geworden war ich sprach nun muss ich zu des totenreiches pforten fahren in der mitte meines lebens da ich doch gedachte noch länger zu leben ich sprach nun werde ich den herrn nicht mehr schauen im lande der lebendigen nun werde ich die menschen nicht mehr sehen mit denen die auf der welt sind meine hütte ist abgebrochen und über mir weggenommen wie eines hirten zelt zu ende gewebt habe ich mein leben wie ein weber er schneidet mich ab faden tag tag und nacht gibst du mich preis bis zum morgen schreie ich um hilfe aber er zerbricht mir alle meine knochen wie ein löwe tag und nacht gibst du mich preis ich zwitschere wie eine schwalbe und gurre wie eine taube meine augen sehen verlangend nach oben herr ich leide not tritt für mich ein was soll ich reden und was ihm sagen er hat getan entflohen ist all mein schlaf bei solcher betrübnis meiner seele herr lass mich wieder genesen und leben siehe um trost war mir sehr bange du aber hast dich meiner seele herzlich angenommen dass sie nicht verdürbe denn du wirfst alle meine sünden hinter dich zurück denn die toten loben dich nicht und der tod rühmt dich nicht und die in die grube fahren warten nicht auf deine treue sondern allein die da leben loben dich so wie ich heute der vater macht den kindern die treue und der herr hat mir geholfen darum wollen wir singen und spielen solange wir leben im hause des herrn und jesaja sprach man solle ein pflaster von feigen nehmen und auf sein geschwür legen dass er gesund würde hiskia aber sprach was ist das zeichen dass ich wieder zum hause des herrn hinauf gehen kann kapitel neun und dreißig zu der zeit sandte merodach baladan der sohn baladans der könig von babel briefe und geschenke an hiskia denn er hatte gehört dass er krank gewesen und wieder gesund geworden sei darüber freute sich hiskia und zeigte den gesandten das schatzhaus silber und gold und spezerei kostbare salben und sein ganzes zeughaus und alle schätze die er hatte es gab nichts was ihnen hiskia nicht gezeigt hätte in seinem hause und in seinem ganzen reich da kam der prophet jesaja zum könig hiskia und sprach zu ihm was sagen diese männer und von woher kommen sie zu dir hiskia sprach sie kommen aus fernem lande zu mir nämlich aus babel er sprach was haben sie in deinem hause gesehen hiskia sprach alles was in meinem hause ist haben sie gesehen und es gibt nichts das ich ihnen nicht gezeigt hätte von meinen schätzen und jesaja sprach zu hiskia höre das wort des herrn zeber siehe es kommt die zeit dass alles was in deinem hause ist und was deine väter gesammelt haben bis auf diesen tag nach babel gebracht werden wird so dass nichts zurückbleibt spricht der herr dazu werden sie von deinen söhnen die von dir kommen werden die du zeugen wirst einige nehmen dass sie kämmerer werden müssen am hofe des königs von babel und hiskia sprach zu jesaja das wort des herrn ist gut dass du sagst denn er dachte es wird doch friede und sicherheit sein solange ich lebe kapitel 40 tröstet in der steppe eine ebene bahn unserem gott alle täler sollen erhöht werden und alle berge und hügel sollen erniedrigt werden und was uneben ist soll gerade und was hügelig ist soll eben werden denn die herrlichkeit des herrn soll offenbar werden und alles fleisch miteinander wird es sehen denn des herrn mund hat's geredet es spricht eine stimme predige und ich sprach was soll ich predigen alles fleisch ist gras und alle seine güte ist wie eine blume auf dem felde das gras verdorrt die blume verwelkt denn des herrn odem bläst da rein ja gras ist das volk das gras verdorrt die blume verwelkt aber das wort unseres gottes bleibt ewiglich zion du freudenbotin steig auf einen hohen berg jerusalem du freudenbotin erhebe deine stimme mit macht erhebe sie und fürchte dich nicht sage den städten judas siehe da ist euer gott siehe da ist gott der herr er kommt gewaltig und sein arm wird herrschen siehe was er gewann ist bei ihm und was er sich erwarb geht vor ihm her er wird seine herde weiden wie ein hirte er wird die lämmer in seinen arm sammeln und im bausch seines gewandes tragen und die mutterschafe führen wer mißt die wasser mit der hohlen hand und wer bestimmt des himmels weite mit der spanne und fasst den staub der erde mit dem maß und wiegt die berge mit einem gewicht und die hügel mit einer waage wer bestimmt den geist des herrn und welcher ratgeber unterweist ihn wen fragt er um rat der ihm einsicht gebe und lehre ihn den weg des rechts und lehre ihn erkenntnis und weise ihm den weg des verstandes siehe die völker sind geachtet wie ein tropfen am eimer und wie ein sandkorn auf der waage siehe die inseln sind wie ein stäublein der libanon wäre zu wenig zum feuer und seine tiere zu wenig zum brandopfer alle völker sind vor ihm wie nichts und gelten ihm als nichtig und eitel mit wem wollt ihr denn gott vergleichen oder was für ein abbild wollt ihr von ihm machen der meister gießt ein bild und der goldschmied vergoldet und macht silberne ketten daran wer aber zu arm ist für eine solche gabe der wählt ein holz das nicht fault und sucht einen klugen meister dazu ein bild zu fertigen das nicht wackelt wist wisst wisst nicht hört ihr nicht ist euch nicht von anfang an verkündigt habt ihr nichts gelernt von anbeginn der Erde er thront über dem kreis der erde und die darauf wohnen sind wie heuschrecken er spannt den himmel aus wie einen schleier und breitet ihn aus wie ein zelt in dem man wohnt er gibt die fürsten preis dass sie nicht sind und die richter auf erden macht er zunichte kaum sind sie gepflanzt kaum sind sie gesät kaum hat ihr stamm eine wurzel in der erde da lässt er einen wind unter sie wehen dass sie verdorren und ein wirbelsturm führt sie weg wie spreu mit wem wollt ihr mich also vergleichen dem ich gleich sei spricht der heilige hebet eure augen in die höhe und seht wer hat dies geschaffen er führt ihr her vollzählig heraus und ruft sie alle mit namen seine macht und starke kraft dass nicht eins von ihnen fehlt warum sprichst du denn jakob und du israel sagst mein weg ist dem herrn verborgen und mein recht geht vor meinem gott vorüber weißt du nicht hast du nicht gehört der herr der ewige gott der die enden der erde geschaffen hat wird nicht müde noch matt sein verstand ist unausforschlich er er dem müden kraft und stärke genug dem unvermögenden männer werden müde und matt und jünglinge straucheln und fallen aber die auf den herrn harren kriegen neue kraft dass sie auffahren mit flügeln wie adler dass sie laufen und nicht matt werden dass sie wandeln und nicht müde werden kapitel 41 die inseln sollen vor mir schweigen und die völker neue kraft gewinnen sie sollen herzutreten und dann reden lasst uns miteinander rechten wer lässt den von osten her kommen dem heil auf dem fuße folgt vor dem er völker und könige dahin gibt dass er ihrer mächtig wird sein schwert macht sie wie staub und sein bogen wie verwehte spreu er jagt ihnen nach und zieht unversehrt hindurch und berührt den weg nicht mit seinen füßen wer tut und macht das wer ruft die geschlechter von anfang her ich bin's der herr der erste und bei den letzten noch derselbe als die inseln das sahen fürchteten sie sich und die enden der erde erschraken sie nahten sich und kamen herzu einer will dem andern helfen und spricht zu seinem nächsten steh fest der meister nimmt den goldschmied fest an die hand und sie machen mit dem hammer das blech glatt auf dem amboss und sprechen das wird fein stehen und machen es fest mit Nägeln daß es nicht wackeln soll du aber israel mein knecht jakob den ich erwählt habe du spross abrahams meines geliebten den ich fest ergriffen habe von den enden der erde her und berufen von ihren grenzen zu dem ich sprach du sollst mein knecht sein ich erwähle dich und verwerfe dich nicht fürchte dich nicht ich bin mit dir weiche nicht denn ich bin dein gott ich stärke dich ich helfe dir auch ich halte dich durch die rechte hand meiner gerechtigkeit siehe zu spott und zu schanden sollen werden alle die dich hassen sie sollen werden wie nichts und die leute die mit dir hadern sollen umkommen wenn du nach ihnen fragst wirst du sie nicht finden die mit dir hadern sollen werden wie nichts und die wieder dich streiten sollen ein ende haben denn ich bin der herr dein gott der deine rechte hand fasst und zu dir spricht fürchte dich nicht ich helfe dir fürchte dich nicht du Würmlein Jakob du armer Haufe Israel ich helfe dir spricht der herr und dein erlöser ist der heilige israels siehe ich habe dich zum scharfen neuen dreschwagen gemacht der viele zacken hat daß du berge zerdreschen und zermalmen sollst und hügel wie spreu machen du sollst sie worfeln daß der wind sie wegführt und der wirbelsturm sie verweht du aber wirst fröhlich sein über den herrn und wirst dich rühmen des heiligen israels die elenden und armen suchen wasser und es ist nichts da ihre zunge verdorrt vor durst aber ich der herr will sie erhören ich der gott israels will sie nicht verlassen ich will wasserbecher auf den höhen öffnen und quellen mitten auf den feldern und will die wüste zu wasserstellen machen und das dürreland zu wasser quellen ich will in der wüste wachsen lassen zedern akazien myrten und ölbäume ich will in der steppe pflanzen miteinander zypressen buchsbaum und kiefern damit man zugleich sehe und erkenne und merke und verstehe des herrn hand hat dies getan und der heilige israels hat es geschaffen bringt eure sache vor spricht der herr sagt an womit ihr euch verteidigen wollt spricht der könig in Jakob sie sollen herzutreten und uns verkündigen was kommen wird verkündigt es doch was früher geweiß sagt wurde damit wir darauf achten oder lasst uns hören was kommen wird damit wir merken dass es eintrifft verkündigt uns was hernach kommen wird damit wir erkennen dass ihr Götter seid wohl an tut Gutes oder tut Schaden damit wir uns verwundern und erschrecken siehe ihr seid nichts und euer tun ist auch nichts und euch erwählen ist ein Gräuel von von norden habe ich einen kommen lassen und er ist gekommen vom aufgang der sonne her den der meinen namen anruft er zerstampft die gewaltigen wie lehm und wie der töpfer der den ton tritt hat hat es von anfang an verkündigt dass wir es vernahmen wer hat es vorher geweissagt dass wir sagen das ist recht aber da ist keiner der es verkündigte keiner der etwas hören ließ keiner der von euch ein wort hörte ich bin der erste der zu zion sagt siehe da sind sie und jerusalem gebe ich einen freuden boten schau ich mich um da ist niemand und seh ich sie an da ist kein ratgeber dass ich sie fragen könnte und sie mir antworteten siehe sie sind alle nichts und nichtig sind ihre werke ihre Götzen sind leerer Wind Kapitel 42 siehe das ist mein knecht ich halte ihn und mein aus erwählter an dem meine seele wohl gefallen hat ich habe ihm meinen geist gegeben er wird das recht unter die heiden bringen er wird nicht schreien noch rufen und seine stimme wird man nicht hören auf den gassen das geknickte rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden dort wird er nicht auslöschen in treue trägt er das recht hinaus er selbst wird nicht verlöschen und nicht zerbrechen bis er auf erden das recht aufrichte und die inseln warten auf seine weisung so spricht gott der herr der die himmel schafft und ausbreitet der die erde macht und ihr gewächs der den volk auf ihr den odem gibt und den geist denen die auf ihr gehen ich der herr habe dich gerufen in gerechtigkeit und halte dich bei der hand und behüte dich und mache dich zum bunt für das volk zum licht der heiden dass du die augen der blinden öffnen sollst und die gefangenen aus dem gefängnis führen und die da sitzen in der finsternis aus dem kerker ich der herr das ist mein name ich will meine ehre keinem anderen geben noch meinen ruhm den götzen siehe was ich früher verkündigt habe ist gekommen so verkündige ich auch neues ehe denn es aufgeht lasse ich's euch hören singet dem herrn ein neues lied seinen ruhm an den enden der erde die ihr auf dem meer fahrt und was im meer ist ihr inseln und die darauf wohnen rufet laut ihr wüsten und die städte darin samt den dörfern wo keda wohnt es sollen jauchzen die in felsen wohnen und rufen von den höhen der berge sie sollen dem herrn die ehre geben und seinen ruhm auf den inseln verkünden der herr zieht aus wie ein held wie ein kriegsmann kommt er in eifer laut erhebt er das kampf geschrei zieht wie ein held wieder seine feinde ich schwieg wohl eine lange zeit war still und hielt an mich nun aber will ich schreien wie eine gebärende ich will laut rufen und schreien ich will berge und hügel zur wüste machen und all ihr gras verdorren lassen und will die wasserströme zu land machen und die seen austrocknen aber die blinden will ich auf dem wege leiten den sie nicht wissen ich will sie führen auf den steigen die sie nicht kennen ich will die finsternis vor ihnen her zum licht machen und das höckerige zur ebene das alles will ich tun und nicht davon lassen aber die sich auf götzen verlassen und sprechen zum gegossenen bilde ihr seid unsere götter die sollen zurückweichen und zu schanden werden hört ihr tauben und schaut ihr blinden daß ihr seht wer ist so blind wie mein knecht und wer ist so taub wie mein bote den ich senden will wer ist so blind wie der vertraute und so blind wie der knecht des herrn du saßt wohl viel aber du hast nicht beachtet deine ohren waren offen aber du hast nicht gehört dem herrn hat es gefallen um seiner gerechtigkeit willen daß er sein gesetz herrlich und groß mache dennoch ist es ein beraubtes und geplündertes volk sie sind alle gebunden in gefängnissen und verschlossen in kerkern sie sind zur beute geworden und es ist kein erretter da sie sind geplündert und es ist niemand da der sagt gib wieder her wer ist unter euch der das zu ohren nimmt der aufmerkt und es hört für künftige Zeiten wer hat Jakob der plünderung preis gegeben und Israel den räubern hat es nicht der Herr getan an dem wir gesündigt haben und sie wollten nicht auf seinen Wegen wandeln und sie gehorchten seinen Weisungen nicht darum hat er über sie ausgeschüttet seinen grimmigen Zorn und den Schrecken des Krieges daß er sie rings umher versenkte aber sie merkens nicht und sie in Brand steckte aber sie nehmens nicht zu Herzen Kapitel 43 und nun spricht der Herr der dich geschaffen hat Jakob und dich gemacht hat Israel fürchte dich nicht denn ich habe dich erlöst ich habe dich bei deinem Namen gerufen du bist mein wenn du durch Wasser gehst will ich bei dir sein dass dich die ströme nicht ersäufen sollen und wenn du ins Feuer gehst sollst du nicht brennen und die Flamme soll dich nicht versengen denn ich bin der Herr dein Gott der heilige Israels dein Heiland ich habe Ägypten für dich als Lösegeld gegeben Kusch und Seba an deiner Stadt weil du in meinen Augen so wert geachtet und auch herrlich bist und weil ich dich lieb habe ich gebe Menschen an deiner Stadt und Völker für dein Leben so fürchte dich nun nicht denn ich bin bei dir ich will vom Osten deine Kinder bringen und dich vom Westen her sammeln ich will sagen zum Norden gib her und zum Süden halte nicht zurück bring her meine Söhne von Ferne und meine Töchter vom Ende der Erde alle die mit meinem Namen genannt sind die ich zu meiner Ehre geschaffen und zubereitet und gemacht habe es soll hervortreten das blinde Volk das doch Augen hat und die Tauben die doch Ohren haben alle Heiden sollen zusammenkommen und die Völker sich versammeln wer ist unter ihnen der dies verkündigen kann und uns hören lasse was früher geweiss sagt wurde sie sollen ihre Zeugen aufstellen und beweisen so wird man's hören und sagen es ist die Wahrheit ihr seid meine Zeugen spricht der Herr und mein Knecht den ich erwählt habe damit ihr wisst und mir glaubt und erkennt dass ich's bin vor mir ist kein Gott gemacht so wird auch nach mir keiner sein ich ich bin der Herr und außer mir ist kein Heiland ich hab's verkündigt und habe euch geholfen und hab's euch sagen lassen und es war kein fremder Gott unter euch ihr seid meine Zeugen spricht der Herr und ich bin Gott ich bin ehe denn ein Tag war und niemand ist da der aus meiner Hand erretten kann ich wirke wer will's wenden so spricht der Herr euer Erlöser der heilige Israels um euret Willen habe ich nach Babel geschickt und habe die Riegel eures Gefängnisses zerbrochen und zur Klage wird der Jubel der Kaldäer ich bin der Herr euer Heiliger der ich Israel geschaffen habe euer König so spricht der Herr der im Meer einen Weg und in starken Wassern Bahn macht der ausziehen lässt Wagen und Rosse Heer und Macht daß sie auf einem Haufen da liegen und nicht aufstehen daß sie verlöschen wie ein Docht verlischt gedenkt nicht an das frühere und achtet nicht auf das vorige denn siehe ich will ein neues schaffen jetzt wächst es auf erkennt ihr's denn nicht ich mache einen Weg in der Wüste und Wasser ströme in der Einöde das Wild des Feldes preist mich die Schakale und Strauße denn ich will in der Wüste Wasser und in der Einöde Ströme geben zu tränken mein Volk meine Auserwählten das Volk das ich mir bereitet habe soll meinen Ruhm verkündigen nicht daß du mich gerufen hättest Jakob oder daß du dich um mich gemüht hättest Israel mir hast du nicht die Schafe deines Brandopfers gebracht noch mich geehrt mit deinen Schlachtopfern ich habe dir nicht Arbeit gemacht mit Opfergaben habe dich auch nicht bemüht mit Weihrauch mir hast du nicht für Geld köstliches Gewirr mich hast du mit dem Fett deiner Opfer nicht gelabt aber mir hast du Arbeit gemacht mit deinen Sünden und hast mir Mühe gemacht mit deinen Missetaten ich ich tilge deine Übertretungen um meinet Willen und gedenke deiner Sünden nicht erinnere mich lass uns miteinander rechten zähle alles auf damit du recht bekommst schon dein Ahnherr hat gesündigt und deine Wortführer sind von mir abgefallen darum habe ich die Fürsten des Heiligtums entheiligt und Jakob dem Bann übergeben und Israel dem Hohn Kapitel 44 So höre nun mein Knecht Jakob und Israel den ich erwählt habe So spricht der Herr der dich gemacht und bereitet hat und der dir beisteht von Mutter Leibe an Fürchte dich nicht mein Knecht Jakob und du Jeshurun den ich erwählt habe Denn ich will Wasser gießen auf das Durstige und Ströme auf das Dürre Ich will meinen Geist auf deine Kinder gießen und meinen Segen auf deinen Nachkommen Dass sie wachsen sollen wie Gras zwischen Wassern wie die Weiden an den Wasser Bächen Dieser wird sagen Ich bin des Herrn und jener wird genannt werden mit dem Namen Jakob und wieder ein anderer wird in seiner Hand schreiben dem Herrn eigen und wird mit dem Namen Israel genannt werden So spricht der Herr der König Israels und sein Erlöser der Herr Zebaot Ich bin der Erste und ich bin der Letzte und außer mir ist kein Gott und wer ist mir gleich er rufe und verkünde es und tue es mir da Wer hat vor Zeiten kundgetan das künftige sie sollen uns verkündigen was kommen wird fürchtet euch nicht und erschreckt nicht habe ich dich nicht schon lange hören lassen und es dir verkündigt ihr seid doch meine Zeugen ist auch ein Gott außer mir es ist kein Fels ich weiß ja keinen die Götzenmacher sind alle nichtig woran ihr Herz hängt das ist nichts nütze und ihre Zeugen sehen nichts merken auch nichts damit sie zu schanden werden wer sind sie die einen Gott machen und einen Götzen gießen der nichts nütze ist sie alle ihre genossen werden zu schanden die Meister sind auch nur Menschen wenn sie auch alle zusammentreten sollen sie dennoch erschrecken und zu schanden werden der Schmied macht ein Messer in der Glut und formt es mit Hammerschlägen er arbeitet daran mit der ganzen Kraft seines arms dabei wird er hungrig so dass er nicht mehr kann und trinkt auch kein Wasser so dass er matt wird der Zimmermann spannt die Schnur und zeichnet mit dem Stift er behaut das Holz und zirkelt es ab und macht es wie eines Mannes Gestalt wie einen schönen Menschen in einem Hause soll es thronen er haut Sedern ab und nimmt Kiefern und Eichen und wählt unter den Bäumen des Waldes er hatte Fichten gepflanzt und der Regen ließ sie wachsen das gibt den Leuten Brennholz davon nimmt er und wärmt sich auch zündet er es an und bäckt Brut aber daraus macht er auch einen Gott und betet es an er macht Rette mich, denn du bist mein Gott. Sie wissen nichts und verstehen nichts, denn sie sind verblendet, dass ihre Augen nichts sehen und ihre Herzen nichts merken können. Er kommt nicht zur Einsicht. Keine Vernunft und kein Verstand ist da, dass er dächte, ich habe die eine Hälfte mit Feuer verbrannt und hab auf den Kohlen Brot gebacken und Fleisch gebraten und gegessen und sollte die andere Hälfte zum Götzen machen und sollte knien vor einem Klotz. Wer Asche hütet, den hat sein Herz getäuscht und betört, so dass er sein Leben nicht erretten und nicht zu sich sagen wird, ist das nicht Trug, woran meine Rechte sich hält? Gedenke daran, Jakob, und du, denn du bist mein Knecht. Ich habe dich bereitet, dass du mein Knecht seist. Israel, ich vergesse dich nicht. Ich tilge deine Missetat wie eine Wolke und deine Sünden wie den Nebel. Kehre dich zu mir, denn ich erlöse dich. Jauchzet, ihr Himmel, denn der Herr hat's getan. Jubelt, ihr Tiefen der Erde, ihr Berge, frohlocket mit Jauchzen der Wald und alle Bäume darin. Denn der Herr hat Jakob erlöst und ist herrlich in Israel. So spricht der Herr, dein Erlöser, der dich von Mutterleibe bereitet hat. Ich bin der Herr, der alles schafft, der den Himmel ausbreitet allein und die Erde festmacht ohne Gehilfen, der die Zeichen der Wahrsager zu Nichte macht und die Weissager zu Narren, der die Weisen zurücktreibt und ihre Kunst zur Torheit macht, der das Wort seiner Knechte wahr macht und den Ratschluss vollführt, den seine Boten verkündigt haben, der zu Jerusalem spricht, werde bewohnt und zu den Städten Judas, werdet wieder aufgebaut und ihre Trümmer richte ich auf, der zu der Tiefe spricht, versiege und deine Fluten trockne ich aus, der zu Zyrus sagt, mein Hirte. Er soll all meinen Willen vollenden und sagen zu Jerusalem, werde wieder gebaut und zum Tempel werde gegründet. Kapitel 45 So spricht der Herr zu seinem Gesalbten, zu Zyrus, den ich bei seiner rechten Hand ergriff, dass ich Völker vor ihm unterwerfe und Königen das Schwert abgürte, damit vor ihm Türen geöffnet werden und Toren nicht verschlossen bleiben. Ich will vor dir hergehen und das Bergland eben machen. Ich will die ehrenen Türen zerschlagen und die eisernen Riegel zerbrechen und will dir heimliche Schätze geben und verborgene Kleinode, damit du erkennst, dass ich der Herr bin, der dich beim Namen ruft, der Gott Israels. Um Jakobs, meines Knechts, und um Israels, meines auserwählten Willen, rief ich dich bei deinem Namen und gab dir Ehrennamen, obgleich du mich nicht kanntest. Ich bin der Herr und sonst keiner mehr, kein Gott ist außer mir. Ich habe dich gerüstet, obgleich du mich nicht kanntest, damit man erfahre in Ost und West, dass außer mir nichts ist. Ich bin der Herr und sonst keiner mehr, der ich das Licht mache und schaffe die Finsternis, der ich Frieden gebe und schaffe Unheil. Ich bin der Herr, der dies alles tut. Träufelt ihr Himmel von oben und ihr Wolken regnet Gerechtigkeit. Die Erde tue sich auf und bringe Heil und Gerechtigkeit wachse mit auf. Ich, der Herr, habe es geschaffen. Weh dem, der mit seinem Schöpfer hadert, eine Scherbe unter irdenen Scherben. Spricht denn der Ton zu seinem Töpfer, was machst du? Und sein Werk, du hast keine Hände? Weh dem, der zum Vater sagt, warum zeugst du? Und zum Weibe, warum gebierst du? So spricht der Herr, der heilige Israels und sein Schöpfer. Wollt ihr mich zur Rede stellen wegen meiner Söhne? Und wollt ihr mir Befehl geben wegen des Werkes meiner Hände? Ich habe die Erde gemacht und den Menschen auf ihr geschaffen. Ich bin's, dessen Hände den Himmel ausgebreitet haben und der seinem ganzen Heer geboten hat. Ich habe ihn erweckt in Gerechtigkeit, und alle seine Wege will ich eben machen. Er soll meine Stadt wieder aufbauen und meine Gefangenen loslassen, nicht um Geld und nicht um Geschenke, spricht der Herr Zebaoth. So spricht der Herr. Der Ägypter Erwerb und der Kuschiter Gewinn und die hochgewachsenen Leute von Seba werden zu dir kommen und dein Eigen sein. Sie werden dir folgen, in Fesseln werden sie gehen und werden zu dir kommen und niederfallen und zu dir flehen. Nur bei dir ist Gott, und sonst ist kein Gott mehr. Für wahr, du bist ein verborgener Gott, du Gott Israels, der Heiland. Aber die Götzenmacher sollen alle in Schmach und Schande geraten und miteinander schamrot einhergehen. Israel aber wird erlöst durch den Herrn mit einer ewigen Erlösung und wird nicht zu Schanden noch zu Spott immer und ewiglich. Denn so spricht der Herr, der den Himmel geschaffen hat. Er ist Gott, der die Erde bereitet und gemacht hat. Er hat sie gegründet. Er hat sie nicht geschaffen, dass sie leer sein soll, sondern sie bereitet, dass man auf ihr wohnen solle. Ich bin der Herr und sonst keiner mehr. Ich habe nicht im Verborgenen geredet an einem finstern Ort der Erde. Ich habe nicht zu den Söhnen Jakobs gesagt, sucht mich vergeblich. Denn ich bin der Herr, der von Gerechtigkeit redet und verkündigt, was Recht ist. Versammelt euch und kommt miteinander herzu, ihr Entronnenen der Heiden. Keine Erkenntnis haben, die sich abschleppen mit den Klötzen ihrer Götzen und zu einem Gott flehen, der nicht helfen kann. Tut es kund, bringt es vor, beratet miteinander. Wer hat dies hören lassen von Alters her und vor Zeiten verkündigt? Hab ich's nicht getan, der Herr? Es ist sonst kein Gott außer mir, ein gerechter Gott und Heiland und es ist keiner außer mir. Wendet euch zu mir, so werdet ihr gerettet, aller Welt enden. Denn ich bin Gott und sonst keiner mehr. Ich habe bei mir selbst geschworen und Gerechtigkeit ist ausgegangen aus meinem Munde, ein Wort, bei dem es bleiben soll. Mir sollen sich alle Knie beugen und alle Zungen schwören und sagen, im Herrn habe ich Gerechtigkeit und Stärke. Aber alle, die ihm widerstehen, werden zu ihm kommen und beschämt werden. Im Herrn wird gerecht werden Israels ganzes Geschlecht und wird sich seiner rühmen. Kapitel 46 Bel bricht zusammen. Nebo ist gefallen. Ihre Götzenbilder sind den Tieren und dem Vieh aufgeladen, dass sie sich müde tragen an dem, was eure Last war. Ja, sie können die Last nicht wegbringen. Die Götzen sind gefallen und alle zusammengebrochen und müssen in die Gefangenschaft gehen. Hört mir zu, ihr vom Hause Jakob und alle, die ihr noch übrig seid vom Hause Israel, die ihr von mir getragen werdet von Mutterleibe an und vom Mutterschoße an mir aufgeladen seid. Auch bis in euer Alter bin ich derselbe und ich will euch tragen, bis ihr grau werdet. Ich habe es getan. Ich will heben und tragen und erretten. Wem wollt ihr mich gleichstellen und mit wem vergleicht ihr mich? An wem messt ihr mich, dass ich ihm gleich sein soll? Sie schütten das Gold aus dem Beutel und wiegen das Silber mit der Waage dar und dingen den Goldschmied, dass er einen Gott daraus mache, vor dem sie knien und anbeten. Sie heben ihn auf die Schultern und tragen ihn und setzen ihn nieder an seine Stätte, dass er stehe und nicht von seinem Ort rücke. Schreit einer zu ihm, so antwortet er nicht und hilft ihm nicht aus seiner Not. Gedenket doch daran, ihr Abtrünnigen und nehmt's zu Herzen. Gedenket des Vorigen, wie es von Alters her war. Ich bin Gott und sonst keiner mehr, ein Gott, dem nichts gleicht. Ich habe von Anfang an verkündigt, was hernach kommen soll und vor Zeiten, was noch nicht geschehen ist. Ich sage, was ich beschlossen habe, geschieht und alles, was ich mir vorgenommen habe, das tue ich. Ich rufe einen Adler vom Osten her, aus fernem Lande, den Mann, der meinen Ratschluss ausführe. Wie ich's gesagt habe, so lasse ich's kommen. Was ich geplant habe, das tue ich auch. Hört mir zu, ihr trotzigen Herzen, die ihr ferne seid von der Gerechtigkeit. Ich habe meine Gerechtigkeit nahe gebracht. Sie ist nicht ferne und mein Heil säumt nicht. Ich will zu Zion das Heil geben und in Israel meine Herrlichkeit. Kapitel 47 Herunter, Jungfrau, du Tochter Babel, setze dich in den Staub, setze dich auf die Erde, wo kein Thron ist, du Tochter der Kaldäer. Man wird nicht mehr zu dir sagen, du Zarte und Verwöhnte. Nimm die Mühle und male Mehl, decke auf deinen Schleier, hebe die Schleppe, entblöße den Schenkel, warte durchs Wasser, dass deine Blöße aufgedeckt und deine Schande gesehen werde. Ich will mich rächen, unerbittlich, spricht unser Erlöser. Der heißt der Herr Zebaot, der Heilige Israels. Setze dich stumm hin, geh in die Finsternis, du Tochter der Kaldäer. Denn du sollst nicht mehr heißen, Herren über Königreiche. Als ich über mein Volk zornig war und mein Erbe entheiligte, gab ich sie in deine Hand. Du aber erwiesest ihnen keine Barmherzigkeit, auch über die Alten machtest du dein Joch allzu schwer. Du dachtest, ich bin eine Herrin für immer. Du hattest noch nicht zu Herzen genommen, noch daran gedacht, wie es hernach werden könnte. So höre nun dies, die du in Wollust lebst und so sicher sitzest und sprichst in deinem Herzen. Ich bin's und sonst keine. Ich werde keine Witwe werden, noch ohne Kinder sein. Dies beides wird plötzlich über dich kommen auf einem Tag, dass du Witwe und ohne Kinder bist. Ja, es wird in vollem Maße über dich kommen, trotz der Menge deiner Zaubereien und trotz der großen Macht deiner Beschwörungen. Denn du hast dich auf deine Bosheit verlassen, als du dachtest, niemand sieht mich. Deine Weisheit und Kunst hat dich verleitet, dass du in deinem Herzen sprachst, ich bin's und sonst keine. Aber nun wird über dich Unglück kommen, dass du nicht weg zu zaubern weißt und Unheil wird auf dich fallen, dass du nicht durch Sühne abwenden kannst. Und es wird plötzlich ein Verderben über dich kommen, dessen du dich nicht versiehst. So tritt nun auf mit deinen Beschwörungen und der Menge deiner Zaubereien, um die du dich von deiner Jugend auf bemüht hast, ob du dir helfen und es abwenden kannst. Du hast dich müde gemacht mit der Menge deiner Pläne. Es sollen hertreten und dir helfen die Meister des Himmelslaufs und die Sterngucker, die an jedem Neumond kundtun, was über dich kommen werde. Siehe, sie sind wie Stoppeln, die das Feuer verbrennt. Sie können ihr Leben nicht erretten vor der Flamme Gewalt. Denn es wird nicht eine Glut sein, an der man sich wärmen, oder ein Feuer, um das man sitzen könnte. So sind alle, um die du dich bemüht hast, die mit dir Handel trieben von deiner Jugend auf. Ein jeder wird hierhin und dorthin wanken, und du hast keinen Retter. Kapitel 48 Hört dies, ihr vom Hause Jakob, die ihr nach dem Namen Israels heißt und aus dem Wasser Judas gekommen seid, die ihr schwört bei dem Namen des Herrn und den Gott Israels bekennt, aber nicht in Wahrheit und Gerechtigkeit. Sie nennen sich nach der heiligen Stadt und pochen auf den Gott Israels, der da heißt der Herr Zebaoth. Ich habe vor Zeiten verkündigt, was schon gekommen ist. Aus meinem Munde ist es gekommen und ich habe es sagen lassen. Ich tat es plötzlich und es kam. Denn ich weiß, dass du hart bist und dein Nacken eine eiserne Sehne ist und deine Stirn ehren. Darum habe ich dir es vor Zeiten verkündigt und es dir sagen lassen, ehe es gekommen ist, damit du nicht sagen könntest, mein Götze tat es und mein Abgott, der geschnitzt und gegossen wurde, hat's befohlen. Das alles hast du gehört und siehst es und verkündigst es doch nicht. Von nun an lasse ich dich Neues hören und Verborgenes, das du nicht wusstest. Jetzt ist es geschaffen und nicht vor Zeiten und vorher hast du nicht davon gehört, auf das du nicht sagen könntest, siehe, das wusste ich schon. Du hörtest es nicht und wusstest es auch nicht und dein Ohr war damals nicht geöffnet. Ich aber wusste sehr wohl, dass du treulos bist und man dich nennt abtrünnig von Mutterleib an. Um meines Namens Willen halte ich lange meinen Zorn zurück und um meines Ruhmes Willen bezähme ich mich dir zu gut, damit du nicht ausgerottet wirst. Siehe, ich habe dich geläutert, aber nicht wie Silber, sondern ich habe dich geprüft im Glutofen des Elends. Um meinet Willen, ja, um meinet Willen will ich's tun, dass ich nicht gelästert werde, denn ich will meine Ehre keinem anderen lassen. Höre mir zu, Jakob, und du, Israel, den ich berufen habe, ich bin's, ich bin der Erste und auch der Letzte. Meine Hand hat die Erde gegründet und meine Rechte hat den Himmel ausgespannt, ich rufe und alles steht da. Versammelt euch alle und hört. Wer ist unter ihnen, der es verkündigt hat? Er, den der Herr liebt, wird seinen Willen an Babel beweisen und seinen Arm an den Kaldäern. Ich, ja, ich habe es gesagt, ich habe ihn gerufen, ich habe ihn auch kommen lassen und sein Weg soll ihm gelingen. Tretet her zu mir und höre dies. Ich habe von Anfang an nicht im Verborgenen geredet, von der Zeit an, da es geschieht, bin ich auf dem Plan. Und nun sendet mich Gott, der Herr und sein Geist. So spricht der Herr, dein Erlöser, der heilige Israels. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich lehrt, was dir hilft, und dich leitet auf dem Wege, den du gehst. Oh, dass du auf meine Gebote gemerkt hättest, so würde dein Friede sein wie ein Wasserstrom und deine Gerechtigkeit wie Meereswellen. Deine Kinder würden zahlreich sein wie Sand und deine Nachkommen wie Sandkörner. Dein Name würde nicht ausgerottet und nicht vertilgt werden vor mir. Geht heraus aus Babel, flieht von den Kaldären. Mit fröhlichem Schall verkündigt dies und lasst es hören, tragt hinaus bis an die Enden der Erde und sprecht, der Herr hat seinen Knecht Jakob erlöst. Sie litten keinen Durst, als er sie leitete in der Wüste. Er ließ ihnen Wasser aus dem Felsen fließen, er spaltete den Fels, das Wasser herausran. Aber die Gottlosen, spricht der Herr, haben keinen Frieden. Kapitel 49 Hört mir zu, ihr Inseln und ihr Völker in der Ferne, merket auf. Der Herr hat mich berufen von Mutterleibe an. Er hat meines Namens gedacht, als ich noch im Schoß der Mutter war. Er hat meinen Mund wie ein scharfes Schwert gemacht. Mit dem Schatten seiner Hand hat er mich bedeckt. Er hat mich zum spitzen Pfeil gemacht und mich in seinem Köcher verwahrt. Und er sprach zu mir, du bist mein Knecht, Israel, durch den ich mich verherrlichen will. Ich aber dachte, ich arbeitete vergeblich und verzehrte meine Kraft umsonst und unnütz, wie wohl mein Recht bei dem Herrn und mein Lohn bei meinem Gott ist. Und nun spricht der Herr, der mich von Mutterleib an zu seinem Knecht bereitet hat, dass ich Jakob zu ihm zurück bringen soll und Israel zu ihm gesammelt werde. Darum bin ich vor dem Herrn wert geachtet und mein Gott ist meine Stärke. Er spricht, es ist zu wenig, dass du mein Knecht bist, die Stämme Jakobs aufzurichten und die zerstreuten Israels wiederzubringen, sondern ich habe dich auch zum Licht der Heiden gemacht, dass du seiest mein Heil bis an die Enden der Erde. So spricht der Herr, der Erlöser Israels, sein Heiliger, zu dem, der verachtet ist von den Menschen und verabscheut von den Heiden, zu dem Knecht, der unter Tyrannen ist. Könige sollen sehen und aufstehen und Fürsten sollen niederfallen um des Herrn Willen, der treu ist, um des heiligen Israels Willen, der dich erwählt hat. So spricht der Herr, ich habe dich erhört zur Zeit der Gnade und habe dir am Tage des Heils geholfen und habe dich behütet und zum Bund für das Volk bestellt, dass du das Land aufrichtest und das verwüstete Erbe zuteilst, zu sagen den Gefangenen, geht heraus, und zu denen in der Finsternis kommt hervor. Am Wege werden sie weiden und auf allen kahlen Höhen ihre Weide haben. Sie werden weder hungern noch dürsten, sie wird weder Hitze noch Sonne stechen, denn ihr Erbarmer wird sie führen und sie an die Wasserquellen leiten. Ich will alle meine Berge zum ebenen Wege machen und meine Pfade sollen gebahnt sein. Sie diese werden von Ferne kommen und sie jene vom Norden und diese vom Meer und jene vom Lande Sinim. Jauchzet ihr Himmel, freue dich Erde, lobet ihr Berge mit Jauchzen, denn der Herr hat sein Volk getröstet und erbarmt sich seiner Elenden. Zion aber sprach, der Herr hat mich verlassen, der Herr hat meiner vergessen. Kann auch ein Weib ihres Kindleins vergessen, dass sie sich nicht erbarme über den Sohn ihres Leibes? Und ob sie seiner vergesse, so will ich doch deiner nicht vergessen. Siehe, in die Hände habe ich dich gezeichnet, deine Mauern sind immer da vor mir. Deine Erbauer eilen herbei, aber die dich zerbrochen und zerstört haben, werden sich davon machen. Hebe deine Augen auf und sie umher. Diese alle sind versammelt und kommen zu dir. So wahr ich lebe, spricht der Herr, du sollst mit diesen allen wie mit einem Schmuck angetan werden und wirst sie als Gürtel um dich legen wie eine Braut es tut. Denn dein wüstes, zerstörtes und verheertes Land wird dir als dann zu eng werden, um darin zu wohnen, und deine Verderber werden vor dir weichen, so dass deine Söhne, du Kinderlose, noch sagen werden vor deinen Ohren, der Raum ist mir zu eng, mach mir Platz, dass ich du aber wirst sagen in deinem Herzen, wer hat mir diese geboren, ich war unfruchtbar, einsam vertrieben und verstoßen, wer hat mir diese aufgezogen, siehe, ich war allein gelassen, wo waren denn diese? So spricht Gott der Herr, siehe, ich will meine Hand zu den Heiden hin erheben und für die Völker mein Banner aufrichten, dann werden sie deine Söhne in den Armen herbringen und deine Töchter auf der Schulter tragen und Könige sollen deine Pfleger und ihre Fürstinnen deine Ammen sein, sie werden vor dir niederfallen zur Erde aufs Angesicht und deiner Füße Staub lecken, da wirst du erfahren, dass ich der Herr bin, an dem nicht zu Schanden werden, die auf mich harren. Kann man auch einem Starken den Raub wegnehmen oder kann man einem Gewaltigen seine Gefangenen entreißen? So aber spricht der Herr. Nun sollen die Gefangenen dem Starken weggenommen werden werden und der Raub soll dem Gewaltigen entrissen werden. Ich selbst will deinen Gegnern entgegentreten und deinen Söhnen helfen und ich will deine Schinder sättigen mit ihrem eigenen Fleisch und sie sollen von ihrem eigenen Blut wie von süßem Wein trunken werden und alles Fleisch soll erfahren, dass ich der Herr dein Heiland bin und dein Erlöser, der mächtige Jakobs. Kapitel 50 So spricht der Herr. Wo ist der Scheidebrief eurer Mutter, mit dem ich sie entlassen hätte? Oder wer ist mein Gläubiger, dem ich euch verkauft hätte? Siehe, ihr seid um eurer Sünden willen verkauft und eure Mutter ist um eurer Abtrünnigkeit willen entlassen. Warum kam ich und niemand war da? Warum rief ich und niemand antwortete? Ist mein Arm nun so kurz geworden, dass er nicht mehr erlösen kann? Oder ist bei mir keine Kraft mehr zu erretten? Siehe, mit meinem Schelten mache ich das Meer trocken und die Wasser ströme zur Wüste, dass ihre Fische vor Mangel an Wasser stinken und vor Durst sterben. Ich kleide den Himmel mit Dunkel und hülle ihn in Trauer. Gott, der Herr, hat mir eine Zunge gegeben, wie sie Jünger haben, dass ich wisse, mit den Müden zu rechter Zeit zu reden. Alle Morgen weckt er mir das Ohr, das ich höre, wie Jünger hören. Gott, der Herr, hat mir das Ohr geöffnet, und ich bin nicht ungehorsam und weiche nicht zurück. Ich bot meinen Rücken da denen, die mich schlugen, und meine Wangen denen, die mich rauften. Mein Angesicht verbarg ich nicht vor Schmach und Speichel. Aber Gott, der Herr hilft mir, darum werde ich nicht zu Schanden. Darum habe ich mein Angesicht hart gemacht wie einen Kieselstein, denn ich weiß, dass ich nicht zu Schanden werde. Er ist nahe, der mich gerecht spricht. Wer will mit mir rechten? Lasst uns zusammen vortreten. Wer will mein Recht anfechten? Der komme her zu mir. siehe, Gott, der Herr hilft mir, wer will mich verdammen? Siehe, sie alle werden wie Kleider zerfallen, die die Motten fressen. Wer ist unter euch, der den Herrn fürchtet, der der Stimme seines Knechts gehorcht, der im Finstern wandelt und dem kein Licht scheint? der hoffe auf den Namen des Herrn und verlasse sich auf seinen Gott. Siehe, ihr alle, die ihr ein Feuer anzündet und Brandpfeile zurüstet, geht hin in die Glut eures Feuers und in die Brandpfeile, die ihr angezündet habt. Das widerfährt euch von meiner Hand. In Schmerzen sollt ihr liegen. Kapitel 51 Hört mir zu, wie ihr der Gerechtigkeit nachjagt, die ihr den Herrn sucht. Schaut den Fels an, aus dem ihr gehauen seid, und des Brunnens Schacht, aus dem ihr gegraben seid. Schaut Abraham an euren Vater und Sarah, von der ihr geboren seid. Denn als einen Einzelnen berief ich ihn, um ihn zu segnen und zu mehren. Ja, der Herr tröstet Zion, er tröstet alle ihre Trümmer und macht ihre Wüste wie Eden und ihr dürres Land wie den Garten des Herrn, dass man Wonne und Freude darin findet, Dank und Lob Gesang. Merkt auf mich, ihr Völker und ihr Menschen, hört mir zu. Denn Weisung wird von mir ausgehen und mein Recht will ich gar bald zum Licht der Völker machen. Denn meine Gerechtigkeit ist nahe, mein Heil tritt hervor und meine Arme werden die Völker richten. Die Inseln harren auf mich und warten auf meinen Arm. Hebt eure Augen auf gen Himmel und schaut unten auf die Erde. Denn der Himmel wird wie ein Rauch vergehen und die Erde wie ein Kleid zerfallen und die darauf wohnen werden wie Mücken dahin sterben. Aber mein Heil bleibt ewiglich und meine Gerechtigkeit wird nicht zerbrechen. Hört mir zu, die ihr die Gerechtigkeit kennt, du Volk, in dessen Herzen mein Gesetz ist. Fürchtet euch nicht, wenn euch die Leute schmähen und entsetzt euch nicht, wenn sie euch verhöhnen. Denn die Motten werden sie fressen wie ein Kleid und Würmer werden sie fressen wie ein wollenes Tuch. Aber meine Gerechtigkeit bleibt ewiglich und mein Heil für und für. Wach auf, wach auf, zieh Macht an, du arm des Herrn. Wach auf, wie vor Alters zu Anbeginn der Welt. Warst du es nicht, der Rahab zerhauen und den Drachen durchbohrt hat? Warst du es nicht, der das Meer austrocknete, die Wasser der großen Tiefe, der den Grund des Meeres zum Wege machte, dass die Erlösten hindurchgingen? So werden die Erlösten des Herrn heimkehren und nach Zion kommen mit Jauchzen, und ewige Freude wird auf ihrem Haupte sein. Wonne und Freude werden sie ergreifen, aber Trauern und Seufzen wird von ihnen fliehen. Ich, ich bin euer Tröster. Wer bist du denn, dass du dich vor Menschen gefürchtet hast, die doch sterben, und vor Menschenkindern, die wie Gras vergehen, und hast des Herrn vergessen, der dich gemacht hat, der den Himmel ausgebreitet und die Erde gegründet hat, und hast dich ständig gefürchtet den ganzen Tag vor dem Grimm des Bedrängers, als er sich vornahm, dich zu verderben? Wo ist nun der Grimm des Bedrängers? Der Gefangene wird eilenslos gegeben, dass er nicht sterbe und begraben werde und dass er keinen Mangel an Brot habe. Denn ich bin der Herr dein Gott, der das Meer erregt, dass seine Wellen wüten. Sein Name heißt Herr Zebaot. Ich habe mein Wort in deinen Mund gelegt und habe dich unter dem Schatten meiner Hände geborgen, auf das ich den Himmel von Neuem ausbreite und die Erde gründe und zu Zion spreche. Du bist mein Volk. Werde wach, werde wach, steh auf, Jerusalem, die du getrunken hast von der Hand des Herrn den Kelch seines Grimmes. Den Taumelkelch hast du ausgetrunken, den Becher geleert. Es war niemand von allen Söhnen, die sie geboren hat, der sie leitete, niemand von allen Söhnen, die sie erzogen hat, der sie bei der Hand nahm. Dies beides ist dir begegnet. Wer trug Leid um dich? Verwüstung und Schaden, Hunger und Schwert, wer hat dich getröstet? Deine Söhne lagen auf allen Gassen verschmachtet wie ein Hirsch im Netz, getroffen vom Zorn des Herrn und vom Schelten deines Gottes. Darum höre dies, du Elende, die du trunken bist, doch nicht von Wein. So spricht dein Herrscher der Herr und dein Gott, der die Sache seines Volkes führt. Siehe, ich nehme den Taumelkelch aus deiner Hand, den Becher meines Grimmes. Du sollst ihn nicht mehr trinken, sondern ich will ihn deinen Peinigern in die Hand geben, die zu dir sprachen, wirf dich nieder, dass wir darüber hingehen, und du machtest deinen Rücken dem Erdboden gleich und wie eine Gasse, dass man darüber hin laufe. Kapitel 52 Wach auf, wach auf, Zion, zieh an deine Stärke, schmücke dich herrlich, Jerusalem, du heilige Stadt, denn es wird hinfort kein Unbeschnittener oder Unreiner zu dir hineingehen. Schüttel den Staub ab, steh auf, Jerusalem, du Gefangene, mach dich los von den Fesseln deines Halses, du gefangene Tochter Zion. Denn so spricht der Herr, ihr seid umsonst verkauft, ihr sollt auch ohne Geld ausgelöst werden. So spricht Gott der Herr. Mein Volk zog einst hinab nach Ägypten, dass es dort ein Fremdling wäre. Auch Assur hat ihm ohne Grund Gewalt angetan. Aber nun, was habe ich hier zu schaffen, spricht der Herr. Mein Volk ist umsonst weggeführt, seine Tyrannen prahlen, spricht der Herr, und mein Name wird immer den ganzen Tag gelästert. Darum soll an jenem Tag mein Volk meinen Namen erkennen, dass ich es bin, der da spricht, hier bin ich. Wie lieblich sind auf den Bergen die Füße der Freuden boten, die da Frieden verkündigen, Gutes predigen, Heil verkündigen, die da sagen zu Zion, dein Gott ist König. Deine Wächter rufen mit lauter Stimme und rühmen miteinander, denn alle Augen werden es sehen, wenn der Herr nach Zion zurückkehrt. Seid fröhlich und rühmt miteinander, ihr Trümmer Jerusalems, denn der Herr hat sein Volk getröstet und Jerusalem erlöst. Der Herr hat offenbart seinen heiligen Arm vor den Augen aller Völker, das aller Welt enden, sehen, das Heil unseres Gottes. Weicht, weicht, zieht aus von dort und rührt nichts Unreines an, geht weg aus ihrer Mitte, reinigt euch, die ihr des Herrn Geräte tragt, denn ihr sollt nicht in Eile ausziehen und in Hast entfliehen, denn der Herr wird vor euch herziehen und der Gott Israels euren Zug beschließen. Siehe, meinem Knecht wird's gelingen, er wird erhöht und sehr hoch erhaben sein. Wie sich viele über ihn entsetzten, weil seine Gestalt hässlicher war als die anderer Leute und sein Aussehen als das der Menschenkinder, so wird er viele Heiden besprengen, dass auch Könige werden ihren Mund vor ihm zuhalten. Denn denen nichts davon verkündet ist, die werden es nun sehen, und die nichts davon gehört haben, die werden es merken. Kapitel 53 Aber wer glaubt dem, was uns verkündet wurde, und wem ist der Arm des Herrn offenbart? Er schoss auf vor ihm wie ein Reis und wie eine Wurzel aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und Hoheit. Wir sahen ihn, aber da war keine Gestalt, die uns gefallen hätte. Er war der aller verachtetste und Unwerteste voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg. Darum haben wir ihn für nichts geachtet. Für wahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gematert wäre. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe, ein jeder sah auf seinen Weg, aber der Herr warf unser aller Sünde auf ihn. Als er gematert ward, litt er doch willig und tat seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer, tat er seinen Mund nicht auf. Er ist aus Angst und Gericht hinweggenommen. Wer aber kann sein Geschick ermessen? Denn er ist aus dem Lande der Lebendigen weggerissen, da er für die Missetat meines Volkes geplagt war. Und man gab ihm sein Grab bei Gottlosen und bei Übeltätern, als er gestorben war, wiewohl er niemand Unrecht getan hat und kein Betrug in seinem Munde gewesen ist. So wollte ihn der Herr zerschlagen mit Krankheit. Wenn er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat, wird er Nachkommen haben und in die Länge Leben und das Herrn Plan wird durch seine Hand gelingen. Weil seine Seele sich abgemüht hat, wird er das Licht schauen und die Fülle haben und durch seine Erkenntnis wird er mein Knecht der Gerechte den vielen Gerechtigkeit schaffen, denn er trägt ihre Sünden. Darum will ich ihm die vielen zur Beute geben und er soll die Starken zum Raube haben, dafür, dass er sein Leben in den Tod gegeben hat und den Übeltätern gleichgerechnet ist und er die Sünde der vielen getragen hat und für die Übeltäter gebeten. Kapitel 54 Rühme, du Unfruchtbare, die du nicht geboren hast. Freue dich mit Rühmen und Jauchze, die du nicht schwanger warst. Denn die Einsame hat mehr Kinder als die den Mann hat, spricht der Herr. Mache den Raum deines Zeltes weit und breite aus die Decken deiner Wohnstadt, spare nicht, spann deine Seile lang und stecke deine Pflöcke fest, denn du wirst dich ausbreiten zur Rechten und zur Linken und deine Nachkommen werden Völker beerben und verwüstete Städte neu bewohnen. Fürchte dich nicht, denn du sollst nicht zu Schanden werden, schäme dich nicht, denn du sollst nicht zu Spott werden, sondern du wirst die Schande deiner Jugend vergessen und der Schmach deiner Witwenschaft nicht mehr gedenken. Denn der dich gemacht hat, ist dein Mann, Herr Zebeot heißt sein Name, und dein Erlöser ist der Heilige Israels, der aller Welt Gott genannt wird. Denn der Herr hat dich zu sich gerufen wie ein verlassenes und von Herzen betrübtes Weib. Und das Weib der Jugend Zeit, wie könnte es verstoßen bleiben, spricht dein Gott. Ich habe dich einen kleinen Augenblick verlassen, aber mit großer Barmherzigkeit will ich dich sammeln. Ich habe mein Angesicht im Augenblick des Zorns ein wenig vor dir verborgen, aber mit ewiger Gnade will ich mich deiner erbarmen, spricht der Herr dein Erlöser. Ich halte es wie zur Zeit Noas, als ich schwor, dass die Wasser Noas nicht mehr über die Erde gehen sollten. So habe ich geschworen, dass ich nicht mehr über dich zürnen und dich nicht mehr schelten will. Denn es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen, aber meine Gnade soll nicht von dir weichen und der Bund meines Friedens soll Spricht der Herr dein Erbarmer. Du Elende, über die alle Wetter gehen, die keinen Trost fand, siehe, ich will deine Mauern auf Edelsteine stellen und will deinen Grund mit Saphiren legen und deine Zinnen aus Kristallen machen und deine Tore von Rubinen und alle deine Grenzen von erlesenen Steinen und alle deine Söhne sind Jünger des Herrn und großen Frieden haben deine Söhne. Du sollst auf Gerechtigkeit gegründet sein. Du wirst ferne sein von Bedrückung, denn du brauchst dich nicht zu fürchten und von Schrecken, denn er soll dir nicht nahen. Siehe, wenn man kämpft, dann kommt es nicht von mir. Wer gegen dich streitet, wird im Kampf gegen dich fallen. Siehe, ich habe den Schmied geschaffen, der die Kohlen im Feuer anbläst und Waffen macht nach seinem Handwerk, und ich habe auch den Verderber geschaffen, um zu vernichten. Keiner Waffe, die gegen dich bereitet wird, soll es gelingen, und jede Zunge, die sich gegen dich erhebt, sollst du im Gericht schuldig sprechen. Das ist das Erbteil der Knechte des Herrn, und ihre Gerechtigkeit kommt von mir, spricht der Herr. Kapitel 55 Wohl an, alle, die ihr durstig seid, kommt her zum Wasser, und die ihr kein Geld habt, kommt her, kauft und esst, kommt her und kauft ohne Geld und umsonst Wein und Milch. Warum zählt ihr Geld da für das, was kein Brot ist, und sauren Verdienst für das, was nicht satt macht? Hört doch auf mich, so werdet ihr gutes Essen und euch am köstlichen Laben. Neigt eure Ohren her und kommt her zu mir. Hört, so werdet ihr leben. Ich will mit euch einen ewigen Bund schließen, euch die beständigen Gnaden Davids zu geben. Siehe, ich habe ihn den Völkern zum Zeugen bestellt, zum Fürsten für sie und zum Gebieter. Siehe, du wirst Heiden rufen, die du nicht kennst, und Heiden, die dich nicht kennen, werden zu dir laufen um des Herrn Willen deines Gottes und des heiligen Israels, der dich herrlich gemacht hat. Suchet den Herrn, solange er zu finden ist. Rufet ihn an, solange er nahe ist. Der Gottlose lasse von seinem Wege und der Übeltäter von seinen Gedanken und bekehre sich zum Herrn, so wird er sich seiner erbarmen und zu unserem Gott, denn bei ihm ist viel Vergebung. Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr, sondern so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind auch meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Denn gleich wie der Regen und Schnee vom Himmel fällt und nicht wieder dahin zurückkehrt, sondern feuchtet die Erde und macht sie fruchtbar und lässt wachsen, dass sie gibt Samen zu säen und Brot zu essen, so soll das Wort, das aus meinem Munde geht, auch sein. Es wird nicht wieder leer zu mir zurückkommen, sondern wird tun, was mir gefällt, und ihm wird gelingen, wozu ich es sende. Denn ihr sollt in Freuden ausziehen und in Frieden geleitet werden. Berge und Hügel sollen vor euch her frohlocken mit Jauchzen und alle Bäume auf dem Felde in die Hände klatschen. Es sollen Zypressen statt Dornen wachsen und Myrten statt Nesseln. Und dem Herrn soll es zum Ruhm geschehen und zum ewigen Zeichen, das nicht vergehen wird. Kapitel 56 So spricht der Herr Waret das Recht und übt Gerechtigkeit, denn mein Heil ist nahe, dass es komme und meine Gerechtigkeit, dass sie offenbart werde. Wohl dem Menschen, der dies tut, und dem Menschenkind, das daran festhält, das den Sabbat hält und nicht entheiligt und seine Hand hütet, nichts Arges zu tun. Und der Fremde, der sich dem Herrn zugewandt hat, soll nicht sagen, der Herr wird mich getrennt halten von seinem Volk. Und der Verschnittene soll nicht sagen, siehe, ich bin ein dürrer Baum. Denn so spricht der Herr, den Verschnittenen, die meine Sabbate halten und erwählen, was mir wohl gefällt, und an meinem Bund festhalten, denen will ich in meinem Hause und in meinen Mauern ein Denkmal und einen Namen geben. Das ist besser als Söhne und Töchter. Einen ewigen Namen will ich ihnen geben, der nicht vergehen soll. und und Fremden, die sich dem Herrn zu gewandt haben, ihm zu dienen und seinen Namen zu lieben, damit sie seine Knechte seien, alle, die den Sabbat halten, dass sie ihn nicht entheiligen und die an meinem Bund festhalten, die will ich zu meinem heiligen Berge bringen und will sie erfreuen in meinem Bethaus und ihre Brandopfer und Schlachtopfer sollen mir wohlgefällig sein auf meinem Altar denn mein Haus wird ein Bethaus heißen für alle Völker Gott der Herr der die versprengten Israels sammelt spricht ich will noch mehr zu der Zahl derer die versammelt sind sammeln ihr Tiere alle auf dem Felde kommt und frest ihr Tiere alle im Walde alle ihre Wächter sind blind sie wissen alle nichts stumme Hunde sind sie die nicht bellen können sie liegen und jappen und schlafen gerne aber es sind gierige Hunde die nie satt werden können das sind die Hirten die keinen Verstand haben ein jeder sieht auf seinen Weg alle sind auf ihren Gewinn aus und sagen kommt her ich will Wein holen wir wollen uns voll saufen und es soll morgen sein wie heute und noch viel herrlicher Kapitel siebenundfünfzig der gerechte ist umgekommen und niemand ist da der es zu herzen nimmt und fromme leute sind hingerafft und niemand achtet darauf ja der gerechte ist weggerafft durch die bosheit und geht zum frieden ein es ruhen auf ihren lagern die recht gewandelt sind ihr aber tretet herzu ihr söhne der zauberin ihr kinder des ehebrechers und der hure mit wem wollt ihr euren spott treiben über wen wollt ihr das maul aufsperren und die zunge herausstrecken seid ihr nicht abtrünnige kinder ein verkehrtes geschlecht die ihr bei den götzen eichen in brunst geratet unter allen grünen bäumen und die kinder opfert in den tälern unter den fels klippen bei den glatten steinen im tal ist dein teil sie sind dein los ihnen hast du dein trank opfer ausgeschüttet hast du speisopfer geopfert deshalb kann ich mein urteil nicht ändern du machtest dein lager auf hohem erhaben berg und gingst dort hinauf zu opfern und hinter die tür und den pfosten setzest du dein denk zeichen denn du hast dich von mir abgewandt und aufgedeckt dein lager es bestiegen und weit gemacht du hast dich mit ihnen verbunden liebtest ihr lager und buhltest mit ihnen du bist mit öl zum könig gezogen und mit viel köstlicher salbe und hast deine boten in die ferne gesandt und tief hinab bis zum totenreich du du dich abgemüht mit der menge deiner wege und sprachst nicht das lasse ich sondern du fandest ja noch leben in deinen gliedern so wurdest du dessen nicht müde wen hast du gescheut und gefürchtet dass du treulos wurdest und nicht an mich dachtest und es nicht zu herzen nahmst ist es nicht so weil ich schwieg und mich verbarg hast du mich nicht gefürchtet ich will aber deine gerechtigkeit kundtun und deine werke dass sie dir nichts nütze sind wenn du rufen wirst so sollen dir deine vielen götzen helfen aber der wind wird sie alle weg führen und ein hauch wird sie weg nehmen doch wer auf mich traut wird das land erben und meinen heiligen berg besitzen und er spricht machet bahn machet bahn bereitet den weg räumt die anstöße aus dem weg meines volks denn so spricht der hohe und erhabene der ewig wohnt dessen name heilig ist ich wohne in der höhe und im heiligtum und bei denen die zerschlagenen und demütigen geistes sind auf das ich erquicke den geist der gedemütigten und das herz der zerschlagenen denn ich will nicht immer da hadern und nicht ewiglich zürnen sonst würde ihr geist vor mir verschmachten und der lebensodem den ich geschaffen habe ich war zornig über die sünde ihrer habgier und schlug sie verbarg mich und zürnte aber sie gingen treulos die wege ihres herzens ihre wege habe ich gesehen aber ich will sie heilen und sie leiten und ihnen wieder trost geben und denen die da leid tragen will ich frucht der lippen schaffen friede friede denen in der ferne und denen in der nähe spricht der herr ich will sie heilen aber die gottlosen sind wie das ungestüme meer das nicht still sein kann und dessen wellen schlamm und unrat auswerfen die gottlosen haben keinen frieden spricht mein gott kapitel 8 und 50 rufe getrost halte nicht an dich erhebe deine stimme wie eine posaune und verkündige meinem volk seine abtrünnigkeit und dem hause jakob seine sünden sie suchen mich täglich und begehren meine wege zu wissen als wären sie ein volk das die gerechtigkeit schon getan und das recht seines gottes nicht verlassen hätte sie fordern von mir recht sie begehren dass gott sich nahe warum fasten wir und du siehst es nicht an warum kasteien wir unseren leib und du willst nicht wissen siehe an dem tag da ihr fastet geht ihr doch euren geschäften nach und bedrückt alle eure arbeiter siehe wenn ihr fastet hadert und zankt ihr und schlagt mit gottloser faust rein ihr sollt nicht so fasten wie ihr jetzt tut wenn eure stimme in der höhe gehört werden soll soll das ein fasten sein an dem ich gefallen habe ein Tag an dem man sich kasteit wenn ein Mensch seinen Kopf hängen lässt wie Schilf und in Sack und Asche sich bettet Wollt ihr das ein fasten nennen und einen Tag an dem der Herr wohl gefallen hat das aber ist ein fasten an dem ich gefallen habe lass los die du mit Unrecht gebunden hast lass ledig auf die du das Joch gelegt hast gib frei die du bedrückst reiß jedes Joch weg brich dem Hungrigen dein Brot und die im Elend ohne Obdach sind führe ins Haus wenn du einen nackt siehst so kleide ihn und entzieh dich nicht deinem Fleisch und Blut dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte und deine Heilung wird schnell voranschreiten und deine Gerechtigkeit wird vor dir hergehen und die Herrlichkeit des Herrn wird deinen Zug beschließen dann wirst du rufen und der Herr wird dir antworten wenn du schreist wird er sagen siehe hier bin ich wenn du in deiner Mitte niemand unterjochst und nicht mit Fingern zeigst und nicht übel redest sondern den Hungrigen dein Herz finden lässt und den Elenden sättigst dann wird dein Licht in der Finsternis aufgehen und dein Dunkel wird sein wie der Mittag und der Herr wird dich immer da führen und dich sättigen in der Dürre und dein Gebein stärken und du wirst sein wie ein bewässerter Garten und wie eine Wasserquelle der es nie an Wasser fehlt und es soll durch dich wieder aufgebaut werden was lange Wüst gelegen hat und du wirst wieder aufrichten was vor Zeiten gegründet ward und du sollst heißen der die Lücken zumauert und die Wege ausbessert dass man da wohnen könne wenn du deinen Fuß am Sabbat zurück hältst und nicht deinen Geschäften nachgehst an meinem heiligen Tage und den Sabbat Lust nennst und den heiligen Tag des Herrn geehrt wenn du ihn dadurch ehrst dass du nicht deine Gänge machst und nicht deine Geschäfte treibst und kein leeres Geschwätz redest dann wirst du deine Lust haben am Herrn und ich will dich über die Höhen auf Erden gehen lassen und will dich speisen mit dem Erbe deines Vaters Jakob denn des Herrn Mund hat's geredet Kapitel 59 Siehe des Herrn Arm ist nicht zu kurz dass er nicht helfen könnte und seine Ohren sind nicht hart geworden sodass er nicht hören könnte sondern eure Verschuldungen scheiden euch von eurem Gott und eure Sünden verbergen sein Angesicht vor euch dass ihr nicht gehört werdet denn eure Hände sind mit Blut befleckt und eure Finger mit Verschuldung eure Lippen reden falsches eure Zunge spricht Bosheit es ist niemand der eine gerechte Sache vorbringt und niemand der redlich richtet man vertraut auf nichtiges und redet trug mit unheil sind sie schwanger und gebären verderben sie brüten nattern eier und weben spinnweben isst man von ihren eiern so muss man sterben zertritt man sie aber so fährt eine Schlange heraus ihre Gewebe taugen nicht zu kleidern und ihr Gespinst taugt nicht zur Decke ihre Werke sind Unheilswerke an ihren Händen ist Frevel ihre Füße laufen zum Bösen und sie sind schnell dabei unschuldig Blut zu vergießen ihre Gedanken sind Unheilsgedanken auf ihren Wegen wohnt Verderben und Schaden sie kennen den Weg des Friedens nicht und Unrecht ist auf ihren Pfaden sie gehen auf krummen Wegen wer auf ihnen geht der hat keinen Frieden darum ist das Recht ferne von uns und die Gerechtigkeit kommt nicht zu uns wir harren auf Licht siehe so ist finster auf Helligkeit siehe so wandeln wir im Dunkeln wir tasten an der Wand entlang wie die Blinden und tappen wie die die keine Augen haben wir stoßen uns am Mittag wie in der Dämmerung wir sind im Düstern wie die Toten wir brummen alle wie die Bären und gürren wie die Tauben denn wir harren auf Recht so ist nicht da auf Heil so ist ferne von uns denn wir sind zu oft von dir abgefallen und unsere Sünden zeugen gegen uns unsere Abtrünnigkeit steht uns vor Augen und wir kennen unsere Sünden abtrünnig sein und den Herrn verleugnen und abfallen von unserem Gott frevel reden und ungehorsam lügenworte ausbrüten und bedenkenlos daherreden und das Recht ist zurückgewichen und die Gerechtigkeit hat sich entfernt denn die Wahrheit ist auf der Gasse zu Fall gekommen und die Aufrichtigkeit findet keinen Eingang und die Wahrheit ist dahin und wer vom Bösen weicht muss sich ausplündern lassen das alles sieht der Herr und es missfällt ihm sehr dass kein Recht ist und er sieht dass niemand auf dem Plan ist und verwundert sich dass niemand ins Mittel tritt da hilft er sich selbst mit seinem Arm und seine Gerechtigkeit steht ihm bei er zieht Gerechtigkeit an wie einen Panzer und setzt den Helm des Heils auf sein Haupt und zieht an das Gewand der Rache und kleidet sich mit Eifer wie mit einem Mantel nach den Taten wird er vergelten mit Grimm seinen Widersachern mit Vergeltung seinen Feinden ja den Inseln will er heimzahlen dass der Name des Herrn gefürchtet werde bei denen vom Niedergang der Sonne und seine Herrlichkeit bei denen von ihrem Aufgang wenn er kommen wird wie ein reißender Strom den der Odem des Herrn treibt aber für Zion wird er als Erlöser kommen und für die in Jakob die sich von der Sünde abwenden spricht der Herr und dies ist mein Bund mit ihnen spricht der Herr mein Geist der auf dir ruht und meine Worte die ich in deinen Mund gelegt habe sollen von deinem Mund nicht weichen noch von dem Mund deiner Kinder und Kindes Kinder spricht der Herr von nun an bis in Ewigkeit Kapitel 60 Mache dich auf werde Licht denn dein Licht kommt und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir denn siehe Finsternis bedeckt das Erdreich und dunkel die Völker aber über dir geht auf der Herr und seine Herrlichkeit erscheint über dir und die Heiden werden zu deinem Lichte ziehen und die Könige zum Glanz der über dir aufgeht hebe deine Augen auf und sie umher diese alle sind versammelt und kommen zu dir deine Söhne werden von ferne kommen und deine Töchter auf dem Arme her getragen werden dann wirst du deine Lust sehen und vor Freude strahlen und dein Herz wird erbeben und weit werden wenn sich die Schätze der Völker am Meer zu dir kehren und der Reichtum der Völker zu dir kommt denn die Menge der Kamele wird dich bedecken die jungen Kamele aus Midian und Eva sie werden aus Saba alle kommen Gold und Weihrauch bringen und des Herrn Lob verkündigen alle Herden von Kedar sollen zu dir gebracht werden und die Widder Nebajos sollen dir dienen sie sollen als ein wohlgefälliges Opfer auf meinen Altar kommen denn ich will das Haus meiner Herrlichkeit zieren zieren wer sind die die da fliegen wie die Wolken und wie die Tauben zu ihren Schlägen die Inseln harren auf mich und die Tarsis Schiffe vor allem dass sie deine Söhne von ferne her bringen samt ihrem Silber und Gold für den Namen des Herrn deines Gottes und für den heiligen Israels der dich herrlich gemacht hat fremde werden deine Mauern bauen und ihre Könige werden dir dienen denn in meinem Zorn habe ich dich geschlagen aber in meiner Gnade erbarme ich mich über dich deine Tore sollen stets offen stehen und weder Tag noch Nacht zugeschlossen werden dass der Reichtum der Völker zu dir gebracht und ihre Könige herzugeführt werden denn welche Völker oder Königreiche dir nicht dienen wollen die sollen umkommen und die Völker verwüstet werden die Herrlichkeit des Libanon soll zu dir kommen zu Pressen Buchsbaum und Kiefern miteinander zu schmücken den Ort meines Heiligtums denn ich will die Städte meiner Füße herrlich machen es werden gebückt zu dir kommen die dich unterdrückt haben und alle die dich gelästert haben werden niederfallen zu deinen Füßen und dich nennen Stadt des Herrn Sion des heiligen Israels Denn Erlöser und die will 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 zu seiner Zeit eilens ausrichten Kapitel 61 Der Geist Gottes des Herrn ist auf mir weil der Herr mich gesalbt hat er hat mich gesandt den Elenden gute Botschaft zu bringen die zerbrochenen Herzen zu verbinden zu verkündigen den Gefangenen die Freiheit den Gebundenen dass sie frei und ledig sein sollen zu verkündigen ein gnädiges Jahr des Herrn und einen Tag der Vergeltung unseres Gottes zu trösten alle Trauernden zu schaffen den Trauernden zu Zion dass ihnen Schmuck statt Asche Freuden Öl statt Trauer Kleid Lobgesang statt eines betrübten Geistes gegeben werde dass sie genannt werden Bäume der Gerechtigkeit Pflanzung des Herrn ihm zum Preise sie werden die alten Trümmer wieder aufbauen und was vor Zeiten zerstört worden ist wieder aufrichten sie werden die verwüsteten Städte erneuern die von Geschlecht zu Geschlecht zerstört gelegen haben Fremde werden hintreten und eure Herden weiden und Ausländer werden eure Ackerleute und Weingärtner sein ihr aber sollt Priester des Herrn heißen und man wird euch Diener unseres Gottes nennen ihr ihr werdet der Völker Güter essen und euch ihrer Herrlichkeit rühmen dafür dass mein Volk doppelte Schmach trug und Schande ihr Teil war sollen sie doppelten Anteil besitzen in ihrem Lande und ewige Freude haben denn ich bin der Herr der das Recht liebt und den Raub und Unrecht hasst ich will ihnen den Lohn in Treue geben und einen ewigen Bund mit ihnen schließen und man soll ihr Geschlecht kennen unter den Heiden und ihren Nachkommen unter den Völkern dass wer sie sehen wird erkennen soll dass sie ein Geschlecht sind gesegnet vom Herrn ich freue mich im Herrn und meine Seele ist fröhlich in meinem Gott denn er hat mir die Kleider des Heils angezogen und mich mit dem Mantel der Gerechtigkeit gekleidet wie einen Bräutigam mit priesterlichem Kopfschmuck geziert und wie eine Braut die in ihrem Geschmeide prangt Denn denn gleich wie Gewächs aus der Erde wächst und Same im Garten aufgeht so lässt Gott der Herr Gerechtigkeit aufgehen und Ruhm vor allen Heiden völkern Kapitel 62 nennen wird und du wirst sein eine schöne Krone in der Hand des Herrn und ein königlicher Reif in der Hand deines Gottes man soll dich nicht mehr nennen Verlassene und dein Land nicht mehr Einsame sondern du sollst heißen meine Lust und dein Land Liebesweib denn der Herr hat Lust an dir und dein Land hat einen lieben Mann denn wie ein junger Mann eine Jungfrau freit so wird dich dein Erbauer freien und wie sich ein Bräutigam freut über die Braut so wird sich dein Gott über dich freuen O Jerusalem ich habe Wächter über deine Mauern bestellt die den ganzen Tag und die ganze Nacht nicht mehr schweigen sollen die ihr den Herrn erinnern sollt ohne euch Ruhe zu gönnen lasst ihm keine Ruhe bis er Jerusalem wieder aufrichte und es setze zum Lobpreis auf Erden Der Herr hat geschworen bei seiner rechten und bei seinem starken Arm Ich will dein Getreide nicht mehr deinen Feinden zu essen geben noch deinen Wein mit dem du so viel Arbeit hattest die Fremden trinken lassen sondern die es einsammeln sollen es auch essen und den Herrn rühmen und die ihn einbringen sollen ihn trinken in den Vorhöfen meines Heiligtums Geht ein Geht ein durch die Tore bereitet dem Volk den Weg Machet Bahn Machet Bahn Räumt die Steine hinweg Richtet ein Zeichen auf für die Völker Siehe der Herr lässt es hören bis an die Enden der Erde Saget der Tochter Zion Siehe dein Heil kommt Siehe was er gewann ist bei ihm und was er sich erwarb geht vor ihm her Man wird sie nennen heiliges Volk erlöste des Herrn und ich wird man nennen gesuchte und nicht mehr verlassene Stadt Kapitel 63 Wer ist der der von Edom kommt mit rötlichen Kleidern von Botsra der so geschmückt ist in seinen Kleidern und ein Heer schreitet in seiner großen Kraft Ich bin's der in Gerechtigkeit redet und bin mächtig zu helfen Warum ist denn dein Gewand so Rotfarben und dein Kleid wie das eines Kälter Treters Ich trat die Kälte allein und niemand unter den Völkern war mit mir Ich habe sie gekältert in meinem Zorn und zertreten in meinem Grimm Da ist ihr Blut auf meine Kleider gespritzt und ich habe mein ganzes Gewand besudelt Denn ich hatte einen Tag der Vergeltung mir vorgenommen das Jahr das Jahr die meinen zu erlösen war gekommen und ich sah mich um aber da war kein Helfer und ich verwunderte mich dass niemand mir beistand da musste mein Arm mir helfen und mein Zorn stand mir bei und ich habe die Völker zertreten in meinem Zorn und habe sie trunken gemacht in meinem Grimm und ihr Blut auf die Erde geschüttet ich will der Gnade des Herrn gedenken und der Ruhmestaten des Herrn in allem was uns der Herr getan hat und der großen Güte an dem Hause Israel die er ihnen erwiesen hat nach seiner Barmherzigkeit und großen Gnade denn er sprach sie sind ja mein Volk Söhne die nicht falsch sind darum ward er ihr Heiland in aller ihrer Not nicht ein Engel und nicht ein Bote sondern sein Angesicht half ihnen er erlöste sie weil er sie liebte und erbarmen mit ihnen hatte er nahm sie auf und trug sie alle Zeit von Alters her aber sie waren widerspenstig und betrübten seinen heiligen Geist darum ward er ihr Feind und stritt wieder sie da gedachte sein Volk wieder an die vorigen Zeiten an Mose wo ist denn nun der aus dem Wasser zog den Hirten seiner Herde wo ist der seinen heiligen Geist in ihn gab der seinen herrlichen Arm zur Rechten des Mose gehen ließ der der die Wasser spaltete vor ihnen her auf das er sich einen ewigen Namen machte der sie führte durch die Fluten wie Rosse die in der Wüste nicht straucheln wie Vieh das ins Tal hinab steigt so brachte der Geist des Herrn uns zur Ruhe so hast du dein Volk geführt auf das du dir einen herrlichen Namen machtest so schau nun vom Himmel und sie herab von deiner heiligen herrlichen Wohnung wo ist nun dein Eifer und deine Macht deine große herzliche Barmherzigkeit hält sich hart gegen mich bist du doch unser Vater denn Abraham weiß von uns nichts und Israel kennt uns nicht du Herr bist unser Vater unser Erlöser das ist von Alters her dein Name warum lässt du uns Herr abirren von deinen Wegen und unser Herz verstocken dass wir dich nicht fürchten kehr zurück um deiner Knechte willen um der Stämme willen die dein Erbe sind kurze Zeit haben sie dein heiliges Volk vertrieben unsere Widersacher haben dein Heiligtum zertreten wir sind geworden wie solche über die du niemals herrschtest wie Leute über die dein Name nie genannt wurde ach dass du den Himmel zerrissest und führest herab dass die Berge vor dir zerflössen kapitel 64 wie feuer reisig entzündet und wie feuer wassersieden macht dass dein Name kund würde unter deinen feinden und die völker vor dir zittern müssten wenn du furchtbares tust dass wir nicht erwarten und führest herab dass die Berge vor dir zerflössen und dass man von alters her nicht vernommen hat kein Ohr hat gehört kein Auge hat gesehen einen Gott außer dir der so wohl tut denen die auf ihn harren du begegnetest denen die Gerechtigkeit übten und auf deinen Wegen deiner gedachten siehe du zürntest als wir von alters her gegen dich sündigten und abtrünnig wurden aber nun sind wir alle wie die unreinen und alle unsere Gerechtigkeit ist wie ein beflecktes kleid wir sind alle verwelkt wie die blätter und unsere sünden tragen uns davon wie der wind niemand ruft deinen namen an oder macht sich auf dass er sich an dich halte denn du hast dein angesicht vor uns verborgen und lässt uns vergehen unter der gewalt unserer schuld aber nun herr bist du doch unser vater wir sind ton du bist unser töpfer und wir alle sind deiner hände werk herr zürne nicht so sehr und gedenke nicht ewig der sünde sieh doch an dass wir alle dein volk sind deine heiligen städte sind zur wüste geworden zion ist zur wüste geworden jerusalem liegt zerstört das haus unserer heiligkeit und herrlichkeit in dem dich unsere väter gelobt haben ist mit feuer verbrannt und alles was wir schönes hatten ist zu schanden gemacht herr willst du bei alledem noch zögern und schweigen und uns so sehr niederschlagen kapitel 65 ich ließ mich suchen von denen die nicht nach mir fragten ich ließ mich finden von denen die mich nicht suchten zu einem volk das meinen namen nicht anrief sagte ich hier bin ich hier bin ich ich streckte meine hände aus den ganzen tag nach einem ungehorsamen volk das nach seinen eigenen gedanken wandelt auf einem wege der nicht gut ist nach einem volk das mich beständig ins angesicht kränkt sie opfern in den gärten und räuchern auf ziegelsteinen sie sitzen in gräbern und bleiben über nacht in höhlen essen schweinefleisch und haben gräuelsuppen in ihren töpfen und sprechen bleib weg und rühr mich nicht an denn ich bin für dich heilig sie sollen ein rauch werden in meiner nase ein feuer das den ganzen tag brennt siehe es steht vor mir geschrieben ich ich will nicht schweigen sondern heimzahlen ja ich will es ihnen heimzahlen beides ihre missetaten und ihrer väter missetaten miteinander spricht der herr die auf den bergen geräuchert und mich auf den hügeln geschändet haben ja ich will ihnen heimzahlen ihr früheres tun so spricht der herr wie wenn man noch saft in der trau befindet und spricht verdirb es nicht denn es ist ein segen darin so will ich um meiner knechte willen tun dass ich nicht alles verderbe ich will aus jakob nachkommen wachsen lassen und aus juda erben die meine berge besitzen meine auserwählten sollen sie besitzen und meine knechte sollen auf ihnen wohnen und meinem volk das nach mir fragt soll saaron eine weide für die herde werden und das tal achor ein lagerplatz für das vieh aber ihr die ihr den herrn verlasst und meines heiligen berges vergesst und dem gart einen tisch zurichtet und dem meni vom krankopfer voll einschenkt wohl an euch will ich dem schwert übergeben dass ihr euch alle zur schlachtung hinknien müsst denn ich rief und ihr habt nicht geantwortet ich redete und ihr habt nicht gehört sondern tatet was mir nicht gefiel und erwähltet wonach ich kein verlangen hatte darum spricht gott der herr siehe siehe ich will einen neuen himmel und eine neue erde schaffen dass man der vorigen nicht mehr gedenken und sie nicht mehr zu herzen nehmen wird freut euch und seid fröhlich immer da über das was ich schaffe denn siehe ich will Jerusalem zur wonne machen und sein volk zur freude und ich will fröhlich sein über Jerusalem leben und mich freuen über mein volk man soll in ihm nicht mehr hören die stimme des weinens noch die stimme des klagens es sollen keine kinder mehr da sein die nur einige tage leben oder alte die ihre jahre nicht erfüllen sondern als knabe gilt wer hundert jahre alt stirbt und wer die hundert jahre nicht erreicht gilt als verflucht sie werden häuser bauen und bewohnen sie werden weinberge pflanzen und ihre früchte essen sie sollen nicht bauen was ein anderer bewohne und nicht pflanzen was ein anderer esse denn die tage meines volks werden sein wie die tage eines baumes und ihrer hände hände werk werden meine aus erwählten genießen sie sollen nicht umsonst arbeiten und keine kinder für einen frühen tod zeugen denn sie sind das geschlecht der gesegneten des herrn und ihre nachkommen sind bei ihnen und es soll geschehen ehe sie rufen will ich antworten wenn sie noch reden will ich hören wolf und schaf sollen beieinander weiden der löwe wird stroh fressen wie das rind aber die schlange muss erde fressen sie werden weder bosheit noch schaden tun auf meinem ganzen heiligen berge spricht der herr kapitel 6 und 60 so spricht der herr der himmel ist mein thron und die erde der schemel meiner füße was ist denn das für ein haus das ihr mir bauen könntet oder welches ist die stätte da ich ruhen sollte meine hand hat alles gemacht was da ist spricht der herr ich sehe aber auf den elenden und auf den der zerbrochenen geistes ist und der erzittert vor meinem Wort wer einen stier schlachtet gleich dem der einen mann erschlägt wer ein schaf opfert gleich dem der einem hund das genick bricht wer ein speisopfer bringt gleich dem der schweineblut spendet wer weihrauch anzündet gleich dem der götzen verehrt wahrlich wahrlich wie sie lust haben an ihren eigenen wegen und ihrer seele gefallen hat an ihren gräueln so will auch ich lust daran haben dass ich ihnen wehe tue und ich will über sie kommen lassen wo vor ihnen graut denn ich rief und niemand antwortete ich redete und sie hörten nicht und taten was mir nicht gefiel und hatten ihre lust an dem woran ich kein wohl gefallen hatte hört des herrn wort die ihr erzittert vor seinem wort es sprechen eure brüder die euch hassen und verstoßen um meines namens willen lasst doch den herrn sich verherrlichen dass wir eure freude mit ansehen doch sie sollen zu schanden werden horch lärm aus der stadt horch vom tempel her horch der herr vergilt seinen feinden ehe sie wehen bekommt hat sie geboren ehe sie in kind nöte kommt ist sie eines knaben genesen wer hat solches je gehört wer hat solches je gesehen ward ein land an einem tage geboren ist ein volk auf einmal zur welt gekommen kaum in wehen hat zion schon ihre kinder geboren so sollte sollte das kind den mutterschoß durchbrechen und nicht auch geboren werden lassen spricht der herr sollte ich der gebären lässt den schoß verschließen spricht dein gott freut euch mit jerusalem und seid fröhlich über die stadt alle die ihr sie lieb habt freut euch mit ihr alle die ihr über sie traurig gewesen seid denn nun dürft ihr saugen und euch satt trinken an den brüsten ihres trostes denn nun dürft ihr reichlich trinken und euch erfreuen an dem reichtum ihrer Mutter brust denn so spricht der herr siehe ich breite aus bei ihr den frieden wie einen strom und den reichtum der völker wie einen überströmenden bach ihre kinder sollen auf dem arme getragen werden und auf den knien wird man sie liebkosen ich will euch trösten wie einen seine Mutter tröstet ja ihr sollt an Jerusalem getröstet werden ihr werdet sehen und euer herz wird sich freuen und euer gebein soll grünen wie gras dann wird man erkennen die hand des herrn an seinen knechten und den zorn an seinen feinden denn siehe der herr wird kommen mit feuer und seine wagen wie ein wetter das er vergelte im grimm seines zorns und mit schelten in feuer flammen denn der herr wird durch feuer die ganze erde richten und durch sein schwert alles fleisch und der vom herrn getöteten werden viele sein die sich heiligen und reinigen für das opfer in den gärten dem einen nach der in der mitte ist und schweine fleisch essen gräuliches getier und mäuse die sollen miteinander weggerafft werden spricht der herr ich kenne ihre werke und ihre gedanken und komme um alle völker und zungen zu versammeln dass sie kommen und meine herrlichkeit sehen und ich will ein zeichen unter ihnen aufrichten und einige von ihnen die errettet sind zu den völkern senden nach tarsis nach put und lud nach masch und rosch nach tubal und javan und zu den fernen inseln wo man nichts von mir gehört hat und die meine herrlichkeit nicht gesehen haben und sie sollen meine herrlichkeit unter den völkern verkündigen und sie werden alle eure brüder aus allen völkern herbringen dem herrn zum weihgeschenk auf rossen und wagen in sänften auf maultieren und romedaren nach jerusalem zu meinem heiligen berge spricht der herr gleich wie israel die opfergaben in reinem gefäße zum hause des herrn bringt und ich will auch aus ihnen priester und leviten nehmen spricht der herr denn wie der neue himmel und die neue erde die ich mache vor mir bestand haben spricht der herr so soll auch euer geschlecht und name bestand haben und alles fleisch wird einen neumond nach dem anderen und einen sabbat nach dem anderen kommen um vor mir anzubeten spricht spricht der herr und sie werden hinaus gehen und schauen die leichname derer die von mir abtrünnig waren denn ihr wurm wird nicht sterben und ihr feuer wird nicht verlöschen und sie werden allem fleisch ein gräuel sein und das ist 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 das ist das ist Vielen Dank.